Marie Jane Carlson wurde im Jahr 1974 auf den Philippinen geboren. Ihre Mutter war der Meinung, dass Marie in den Vereinigten Staaten bessere Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft hatte und so wurde das Mädchen in die Familie eines amerikanischen Soldaten geschickt, wo es aufwuchs. In dieser anderen Familie lebte noch ein weiteres Kind, ein Mädchen namens Esther, mit dem sich Marie fast sofort anfreunden konnte, da sie gleichaltrig waren. Es sollte noch Jahre dauern, bis Marie die schockierende Wahrheit erfuhr. Der amerikanische Soldat, der sie bei sich zu Hause aufgenommen hatte, war in Wirklichkeit ihr leiblicher Vater, was bedeutete, dass Esther ihre Schwester war. Als beide Mädchen erwachsen wurden und es an der Zeit war, ihr Elternhaus zu verlassen, beschlossen Esther und Marie gemeinsam nach Florida zu ziehen und sich dort eine Wohnung zu teilen. Die Wohnung, die sie sich ausgesucht hatten, lag direkt hinter einem Karaoke-Club und wurde bald zum Lieblingsort der beiden Mädchen, um sich zu entspannen. Marie trug gerne Rosa und ihr Lieblingswort war Schönheit. Apropos Schönheit und Leidenschaft, nach dem Umzug trat auch die Liebe in das Leben der jungen Frau. Marie verliebt sich schnell in einen Mann, sie gehen eine Beziehung ein und heiraten. Das Ergebnis dieser Liebe ist ihre gemeinsame Tochter, die sie Paris nannten. Dieser Mann hieß Jeff Carlson. Beruflich setzte sich Marie das Ziel, in den Dienst des FBI zu treten. Um ihren Traum zu verwirklichen, begann sie ein Studium des Strafrechts und nach Abschluss des Studiums sollte sie als Beamtin einsteigen, bevor sie die Karriereleiter schrittweise hinaufkletterte. Leider stellte sich heraus, dass all dies aus einem bestimmten Grund geschah. Mit jeder neuen Stufe wurde es immer schwieriger aufzusteigen und schließlich musste die junge Frau ihren Job bei der Polizei aufgeben. Dies war zum Teil auf Maries sich verschlechternden psychischen Zustand zurückzuführen. Mit jedem Jahr hatte sie mehr und mehr Probleme in ihrem täglichen Leben. Wahrscheinlich traten die psychischen Probleme bereits in ihrer Jugend auf. Die junge Frau wurde sexuell missbraucht und war nicht in der Lage, mit diesem Problem umzugehen. All dies führte dazu, dass Marie aufhörte, sich selbst und später ihren Ehemann Jeff zu lieben und die Eheleute sich einvernehmlich scheiden ließen. Die Scheidung, der Verlust ihres Jobs bei der Polizei und ihre Unfähigkeit, eine neue stabile Arbeit zu finden, führten dazu, dass Marie erkannte, dass sie als Mutter versagte. Sie und Jeff sind sich einig, dass sich der Mann besser um ihre Tochter kümmern kann und so zieht die kleine Paris in die Obhut ihres Vaters. Die ehemaligen Eheleute machten es sich so einfach und schnell wie möglich, ohne sich auf ein langwieriges Gerichtsverfahren einzulassen. Sie versuchten wirklich beide das Beste für das Kind zu tun. Jeff und Marie unterhielten weiterhin eine gute Beziehung. Der Mann unterstützte sie in allem und Marie selbst besuchte ihre Tochter bei jeder Gelegenheit und war bei jeder Geburtstagsfeier dabei. Nach einer langen, entbehrungsreichen und verzweifelten Suche nach sich selbst fand Marie schließlich etwas, das ihr half, ihre Probleme zu bewältigen. Den Glauben. Marie wandte sich mit Hilfe der Carmarie Emerald Kirche, die von dem 40-jährigen James Flanders gegründet wurde, an Gott. Von der ersten Sekunde an fühlte sich Marie in dieser Kirche willkommen und das ist kein Wunder. Der charismatische James, gekleidet in einfache Jeans und ein Hemd, kann von den ersten Worten der Predigt an fast jeden in seinen Bann ziehen. Tatsächlich sieht diese Kirche aus wie eine ganz normale Kirche im herkömmlichen Sinne des Wortes. Die Menschen versammeln sich in einem Flachbau und setzen sich auf einen beliebigen Platz im Auditorium, das aus in mehreren Reihen angeordneten Stühlen besteht, während James neben einem Podium in Form eines Kreuzes steht. Um ihn herum stehen Topfpflanzen. Die Kirche in Fort Walton Beach, Florida, wurde von Grund auf von James Flanders und seiner Frau Tanja Flanders gebaut. Die beiden sind für ihren großzügigen Charakter und ihr großes Herz bekannt. Sie sind immer bereit, jedem zu helfen, der in Not ist. So auch Marie, die einfach nur ihr Leben in den Griff bekommen musste. Die Mitglieder dieser Gemeinde pflegen auch außerhalb der Sonntagsgottesdienste einen engen Kontakt. Es schien ihr wirklich sehr zu helfen, eine neue Familie zu finden. Jeden Tag wurde sie fröhlicher und sie begann, an Gewicht zuzunehmen. Wie groß war die Überraschung ihres Umfelds, als sie erfuhren, dass sie wieder schwanger war. Marie verheimlichte ihre Schwangerschaft fast bis zum Schluss und im Juni des Jahres 2011, im Alter von 37 Jahren, brachte sie ihre zweite Tochter zur Welt, die den Namen Grace erhielt. Natürlich stellte sich sofort die Frage, wer der Vater dieses Kindes war. Doch leider ist die Antwort nicht die angenehmste. Es stellte sich heraus, dass der Vater des Babys ein Mann war, mit dem Marie nur kurz zusammen war. Dieser Mann verhielt sich Marie gegenüber abscheulich. Er schlug und demütigte sie, und als sie schwanger wurde, verschwand er einfach. Die frischgebackene Mutter konnte in einer solch schwierigen Situation nicht bleiben und wandte sich wieder an die Kirche. Die Familie Flanders nahm sie und ihr kleines Mädchen bei sich auf und kümmerte sich um beide. Nur drei Monate nach der Geburt veröffentlichte Marie eine schockierende Nachricht auf ihrer Seite in den sozialen Netzwerken. Sie erklärte, dass sie die Stadt verlassen müsse, um ihren Plan zu verwirklichen, von dem sie niemandem erzählen wolle, damit es niemand wagen könne, sie davon abzubringen. In dieser Nachricht sagte sie auch, dass sie ihre ganze Familie liebe und sich im Grunde nur auf unbestimmte Zeit verabschieden wolle. Es dauerte nicht lange, bis ein erschreckendes Detail ihrer Abreise bekannt wurde. Marie verließ Fort Walton Beach ohne ihr drei Monate altes kleines Mädchen Grace. Diese ganze Geschichte erschreckte Maries Familie und vor allem ihre Schwester Esther, die sofort merkte, dass etwas nicht stimmte. Außerdem kam es allen um Marie herum äußerst seltsam vor, dass sie ihre Tochter bei den Flanders zurückließ. Warum wollte sie ihr Kind bei ihnen lassen und nicht bei ihrer eigenen Familie? Auch Maries Ex-Mann Jeff erfuhr davon und war sehr verwundert darüber, dass Marie ihre siebenjährige Tochter Paris nicht mehr besucht hatte, die sie zuvor versucht hatte, nicht ohne ihre Aufmerksamkeit zu lassen. Daraufhin nahm Marie keinen Kontakt mehr auf und war auch nicht mehr zu erreichen. All dies versetzte ihre Familie in große Angst und schließlich löste dieses Verschwinden schreckliche Ereignisse aus. Jeff, der sich ebenso große Sorgen um seine Ex-Frau machte wie der Rest ihrer Familie, beschloss das Verschwinden eine Woche nach dem Zeitpunkt, an dem sie keinen Kontakt mehr zu ihm aufnahm, bei der Polizei anzuzeigen. So wurde die Anzeige am 25. Oktober 2011 erstattet. Natürlich hatte die 37-jährige Frau das Recht, aus ihrer Umgebung zu verschwinden, aber die Polizei ließ die Situation nicht auf sich beruhen und beschloss, die Umstände ihres Verschwindens zu überprüfen. Nachdem sie ihre früheren Posts und Nachrichten studiert hatten, stellten sie fest, dass der Stil des letzten Briefes sich stark von dem unterscheidet, was sie früher geschrieben hatte. Sofort kam die Theorie auf, dass der letzte Brief nicht von Marie geschrieben wurde. Aber wer könnte es getan haben und warum sollte dieser jemand wollen, dass die Frau verschwindet? Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, bei der die Polizei Bedenken hinsichtlich der Identität des Vaters von Grace hatte, zu dem Marie offensichtlich nicht das beste Verhältnis hatte. Doch auch die Schwester der vermissten Esther konnte diese Vermutung weder bestätigen noch widerlegen. Die Frau erklärte den Ermittlern, dass sie Marie mit dieser Frage nicht bedrängt und beschlossen habe, dass sie zu gegebener Zeit alles selbst erzählen würde. Daher ging die Polizei dieser Version zunächst nicht nach, was die Ermittlungen verlangsamte. Die Ermittler mussten sich jedoch erneut damit befassen, als alle Spuren zu einem Ort der Kirche von Flanders führten. In einem Gespräch mit einem Polizeibeamten enthüllten Tanja und James Flanders, dass Marie angeblich verschwunden war und dass die Frau ihnen zufolge zuvor für eine Weile wegging und dann zurückkehrte, als sei nichts geschehen. Die Flanders erklärten auch, dass Marie an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung leide, was ihre ständigen Stimmungsschwankungen erklären würde. So hatte Marie einige Wochen vor ihrem Verschwinden eine depressive Episode, aber dieses Mal begann sie mit der Einnahme von Medikamenten, die sie wegen der Geburt von Grace abgesetzt hatte. Nachdem sie die Tabletten eingenommen hatte, bat Marie die Familie Flanders, sich um ihre Tochter zu kümmern, da es ihr sehr schlecht ging. Sie willigten ein und am Nachmittag ging Marie ins Bett. Tanja ging mit Grace einkaufen und James blieb bei der Marie, damit er sich vergewissern konnte, dass es ihr gut ging, wenn sie aufwachte. Nachdem er eine Weile bei ihr gesessen hatte, verließ er dennoch allein das Haus und als er zurückkam, waren weder Marie noch ihr Auto da. Zunächst war dies nicht überraschend, aber als James in ihr Zimmer schaute, bemerkte er die gepackten Koffer mit den Habseligkeiten der Frau. Es stellt sich sofort die Frage, selbst wenn Marie für eine Weile aus ihrer Umgebung verschwinden wollte, warum hat sie diese Dinge nicht mitgenommen und ohne die Familie in Kenntnis zu setzen, ihr Kind bei ihnen gelassen? Außerdem fügten die Flanders hinzu, dass der Medizinbehälter der Frau, der zuvor vollständig gefüllt war, nun leer war. Hatte die Frau den Kampf mit ihrer dunklen Seite verloren und hatte sie vor, sich etwas anzutun? Daraufhin machten sich die Flanders auf die Suche nach Marie. Sie fuhren nach eigenen Angaben durch die Stadt, besuchten die Parkplätze fast aller Gebäude und irgendwann kam James auf die Idee, den Flughafen zu besuchen. Seltsamerweise landete das Auto tatsächlich auf dem Flughafenparkplatz. James, der einen Ersatzschlüssel für dieses Auto hatte, fuhr es zurück zu ihrem Haus. Natürlich untersuchten die Ermittler das Auto sofort nach dieser Geschichte, aber es konnten keine verdächtigen Spuren oder Beweise gefunden werden. Daraufhin reiste die Polizei zu eben jenem Flughafen, um dort nach neuen Informationen zu suchen. Die Idee war, die ausgestellten und bezahlten Parktickets zu überprüfen. Der Flughafen sollte diese Informationen aufbewahren und die Ermittler hofften, dass auf Maries Ticket, falls es gefunden werden würde, auch Fingerabdrücke zu finden sein könnten. Maries Ticket wurde zwar gefunden, aber es waren keine Spuren darauf, die bei den Ermittlungen helfen könnten. Nach diesem Misserfolg fand die Polizei einen anderen Weg, um herauszufinden, wer das Auto der Frau geparkt hatte. Sie sah sich die Videoüberwachungsaufnahmen des Parkplatzes an. Leider wurde fast sofort klar, dass die Kameras an diesem Tag kaputt gegangen waren und keine Aufzeichnungen gespeichert worden waren. Von diesem Zeitpunkt an wurde der Fall des Verschwindens zu einem Mordfall hochgestuft. Nun musste die Polizei den mysteriösen, gewalttätigen Mann aufspüren, von dem Marie das Kind bekommen hatte. Dazu mussten sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Kirche lenken. Diese entpuppte sich als eine wahre Versammlung von Schwätzern und Gotteslästerern. Mithilfe anderer Kirchenbesucher erfuhren sie, dass Marie abtreiben wollte. Die Flanders waren jedoch strikt dagegen. Sie überredeten ihre Gemeindemitglieder, die Kinder um jeden Preis zu behalten, und erklärten sich bereit, bei der Erziehung der Kinder zu helfen. Das Paar hatte bereits ein eigenes erwachsenes Kind, träumte aber immer von einem zweiten Kind. Das ist verständlich, denn das Paar ist in den 40ern, und ein Gemeindemitglied sagte sogar, Grace sei ein Geschenk an sie für all das, was die Flanders für Marie getan hätten. Das ist zwar ein interessanter Klatsch, aber er beantwortet immer noch nicht die Frage, wer der Vater des Babys ist. Und da kommt Jeff, Maries Ex-Mann, wieder ins Spiel. Nein, er war nicht der Vater des Babys, aber er hat einige interessante Informationen, die er von Marie erhalten hat. Jeff verriet, dass er, als Marie Paris in seinem Haus besuchte, ihren Bauch bemerkte. Auf die Frage, wie es dazu gekommen sei und wer der Vater des Babys sei, sagte Marie, dass sie für die Flanders eine Leihmutter geworden sei, da sie keine Kinder mehr bekommen konnten. Diese Geschichte unterschied sich stark von dem, was bisher bekannt war. Als die Ermittler dem Fall weiter auf den Grund gingen, setzten sie sich mit Tanjas engen Freunden in Verbindung, die ebenfalls Kirchenmitglieder waren. Sie versprachen ihr, dass sie ihr Geheimnis wahren würden. Dennoch sagten sie den Ermittlern die Wahrheit. Alle drei sagten, dass der Vater von Grace kein anderer als James war. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine künstliche Befruchtung handelte, sondern alles auf natürliche Weise ablief. Und Tanja, James' Frau, musste nur stillschweigend zusehen. Auf diese Weise erregten die Flanders erneut die Aufmerksamkeit der Ermittler, woraufhin sie erneut zum Verhör vorgeladen wurden. Allerdings wurde nur Tanja zur Befragung vorgeladen. Sie bestätigte diese Informationen und fügte hinzu, dass sie sich zum Zeitpunkt der Zeugung im selben Raum befand. Die Frau sagte, dass alles mit dem Einverständnis aller drei Parteien geschah und dass es in erster Linie um die Beziehung zwischen Menschen und höhere Ziele ging, nicht um Sex. Später stellte sich heraus, dass James weit mehr als einmal Geschlechtsverkehr mit Marie hatte und dass es sich eher um Polygamie handelte. Sie organisierten sogar eine Babyparty, auf der ein Bild von Marie mit ihrem riesigen Bauch zu sehen war und Tanja Luftballons unter ihrer Kleidung hatte um sie schwanger aussehen zu lassen. Anschließend wurden Tanjas Freundinnen erneut befragt und sie konnten den Ermittlern erneut neue Informationen liefern. Obwohl Tanja behauptete, dass Marie mit der ganzen Situation zufrieden war, hatte sich dies offensichtlich irgendwann geändert. Nach der Geburt von Grace erwachten in Marie mütterliche Gefühle und sie konnte ihr Kind nicht so einfach aufgeben. Tanjas Freunde äußerten den Verdacht, dass Marie Tanja das Kind nicht geben wollte und außerdem plante, ihr den Ehemann, also James, wegzunehmen. Diese Aussagen und Spekulationen ließen Tanja auf der Liste der Verdächtigen sofort einige Plätze nach oben rücken, denn nach Maries Verschwinden verschwanden alle Probleme von Tanja von selbst. Sie würde in der Lage sein, die kleine Grace allein aufzuziehen und eine geliebte Ehefrau zu bleiben. Zwei Monate nach Maries Verschwinden versuchten die Ermittler immer noch, sie, James und Tanja per GPS aufzuspüren. Es ist erwähnenswert, dass dies im Jahr 2011 war und die Daten damals weit weniger genau waren als heute. Die Ortung basierte auf ausgehenden und eingehenden Anrufen und Textnachrichten, die von ihren Telefonen gesendet wurden. Es stellte sich heraus, dass Marie mit James am Flughafen gewesen war, während Tanja nicht bei ihnen war. Kurz darauf wollte ein junger Priester namens Jason, der gelegentlich im Namen von James sprach, mit den Ermittlern sprechen. Jason erzählte der Polizei, dass er James einmal bei einem Gespräch mit einem anderen Kirchenmitarbeiter belauscht habe. Dieses Gespräch fand unmittelbar nach Maries Verschwinden statt. Während des Gesprächs brachte James seine Besorgnis und Traurigkeit zum Ausdruck und gab zu, dass er wegen des Verschwindens der Frau das Land verlassen müsse. James sagte auch, dass er keine genaueren Angaben machen könne, aber dass das, was passiert sei, einfach schrecklich sei. Zu dieser Zeit war James schwer depressiv, so schwer, dass er sich sogar für zehn Tage in eine Klinik einweisen lassen musste. Während seiner Abwesenheit nahm Jason seinen Platz ein, was zu noch mehr Gerüchten und Klatsch unter den Kirchenmitgliedern führte. In diesem Moment erfuhr Jason von der Polygamie und dieses Wissen erschütterte ihn zutiefst. Später gestand er, dass die Konfrontation mit seinem Chef in diesem Moment die schwierigste Zeit seines Lebens war. Als James das Krankenhaus verließ, fragte Jason ihn direkt nach der Affäre mit Marie und er machte keinen Hehl daraus, dass er sowohl mit ihr als auch mit seiner Frau schlief. Anschließend fügte James hinzu, dass er und Marie kurz vor seinem Verschwinden einen heftigen Streit hatten, der sogar zu einer Schlägerei führte. Er erklärte jedoch, dass Marie zu diesem Zeitpunkt noch am Leben und Wohlauf war. Nach diesen schockierenden Worten beendete James das Gespräch mit Jason und verließ anschließend seinen Posten als Pastor. Kurz nach Jasons Aussage verließen James, Tanja und Grace die Stadt und reisten nach Arizona. Nur wenige Tage vor dieser Flucht hatte Maries Familie die Flanders gebeten, ihnen einige Habseligkeiten der Vermissten zu überlassen, was diese auch taten. So gelangten die Ermittler in den Besitz von Maries Telefon, das viele nützliche Informationen hätte enthalten können. Der größte Teil des Inhalts des Telefons war jedoch gelöscht worden. Der Polizei gelang es jedoch, einige Fragmente mit Hilfe eines Backups wiederherzustellen. Die Löschung der Nachrichten selbst ist bereits verdächtig und mit Hilfe der Wiederherstellung war es nur möglich, dies zu bestätigen. Es gelang ihnen auch, ein Video auf dem Telefon zu finden, in dem James anbietet, Menschen Gold und Silber zu kaufen. Die billigste Werbung für ähnliche Organisationen, die Menschen ermutigen, in Edelmetalle zu investieren. Irgendwann während der Ermittlungen erhält die Polizei einen anonymen Hinweis. Ein Unbekannter sagte, er wisse, dass die Flanderses Maries Leiche im Garten des Hauses vergraben hätten. Natürlich wurden sofort Experten zu der angegebenen Stelle geschickt. Unter Beteiligung von Experten und Diensthunden wurden Ausgrabungen durchgeführt. Die Leiche konnte jedoch nicht gefunden werden. Daraufhin versuchte die Polizei mehrmals, James telefonisch zu erreichen, aber ohne Erfolg. Es schien, als sei der Mann einfach spurlos vom Erdboden verschwunden, aber die Ermittler gaben nicht auf. Die Suche nach dem Mann dauerte ein ganzes Jahr. Und in dem Moment, als die Polizei den Glauben daran zu verlieren begann, dass sie James finden würde, geschah etwas absolut Unglaubliches. Der Mann rief sie selbst an. Er war zwei Stunden lang in seinem Auto unterwegs gewesen und hatte die ganze Zeit mit den Ermittlern gesprochen. James enthüllt, dass Marie Selbstmord begangen hat, und zwar weit weg von ihm. Er versuchte sich als Opfer darzustellen, indem er sagte, er sei weggelaufen, weil er befürchtete, die Polizei würde ihren Tod mit einer seiner Handlungen in Verbindung bringen. Er wiederholte immer wieder, dass er Marie nicht umgebracht habe und nicht wisse, wo ihre Leiche sei. Dieses Gespräch lieferte der Polizei keine brauchbaren Informationen, um Marie zu finden, festzustellen, was mit ihr geschehen war, und schließlich den Täter zu finden. Jeder, der mit diesem Fall zu tun hat, glaubt bereits nicht mehr daran, dass dieser Fall jemals aufgeklärt werden wird. Es ist erwähnenswert, dass es damals, im Jahr 2011, viel einfacher war, ein Verbrechen zu begehen als heute. Kameras waren nicht so weit verbreitet, ein digitaler Fußabdruck konnte fast sofort verloren gehen, und die Technologie zum Nachweis von DNA und anderen biologischen Spuren war gerade erst im Entstehen. Die digitale Forensik entwickelte sich damals wie heute in rasantem Tempo, und genau das hat zur Lösung dieses Falls beigetragen. Drei Jahre nach Maries Verschwinden tauchte ein Programm auf, das in der Lage war, Daten von einem Telefon oder Computer wiederherzustellen, und es war dieses Programm, das die Ermittler nutzten, um endlich die fehlenden Teile des Puzzles aufzudecken. Die Korrespondenz zwischen Marie und James wurde im Detail wiederhergestellt. Aus ihr geht hervor, dass der Mann nicht der richtige Prediger war. Das Paar tauschte häufig freizügige Bilder aus, von denen einige sogar in der Kirche gefilmt wurden. Auch der Inhalt der letzten Nachricht, die Marie an James schickte, ist ans Licht gekommen. Die Frau schrieb, dass sie Fort Walton Beach verlassen wolle und ihr Kind dort nicht zurücklassen würde. Das war das genaue Gegenteil von dem, was die Flanders gesagt hatten. Aber was dachte der Mann zu dieser Zeit? In einem von James' Predigt-Videos äußerte der Mann den Gedanken, dass er, wenn jemand Gerüchte verbreitet oder etwas tut, das ihm schadet, nur möchte, dass diese Person aufhört zu existieren. Möglicherweise hat James diese Worte in Bezug auf Marie verwirklicht. Dennoch reichte das Gesamtbild aus, um einen Haftbefehl zu erlassen und ihn wegen Mordes zweiten Grades anzuklagen. Die Staatsanwälte hatten jedoch Bedenken, ob sie die Geschworenen von der Schuld des Mannes überzeugen könnten, zumal die Leiche nie gefunden worden war. James war sich seiner Lage bewusst und beschloss, einen Deal zu machen. Wenn er ihnen sagte, wo sich die Leiche der Frau befand, würde er nur wegen Totschlags angeklagt werden, was seine Strafe erheblich verringern würde. Auch Maries Familie stimmte dem zu, denn nach fast fünf Jahren wollten sie einfach nur herausfinden, was passiert war und Frieden finden. Laut James durchlief Marie in dieser Zeit eine depressive Phase, weshalb sie sich oft stritten. Bei einem solchen Streit schubste die Frau ihn. James versuchte, sich zu wehren, indem er sie umarmte, um sie daran zu hindern, die Fäuste zu schwingen und um sie zu beruhigen. In dem Moment dieser Bewegung geschah es, dass beide schwer stürzten. Marie fiel und blieb abrupt regungslos liegen. Erst nach einer Weile bemerkte James, dass sie nicht mehr atmete und geriet in Panik. Die Geste, mit der Marie beruhigt werden sollte, führte letztlich zu ihrem Tod. Die Ermittler waren schockiert, als sie schließlich die Leiche der vermissten Frau fanden. Es stellte sich heraus, dass die Leiche im Hinterhof seines Hauses vergraben worden war. Als er mit einer Fahne auf die Stelle zeigte, drückte er sein Bedauern aus, woraufhin er das Bewusstsein verlor. Nach mehrstündigen Grabungen fanden die Ermittler Maries Leiche in eine Decke eingewickelt, in einer Tiefe von etwa eineinhalb Metern. Für die Polizei war dies natürlich eine Enttäuschung, da sie dort bereits sechs Monate nach der Tat nach der Leiche gesucht hatte, aber leider nicht so tief gegraben hatte. Hätten sie die Leiche damals gefunden, hätten sie die Todesursache von Marie feststellen können und der Fall hätte vielleicht eine ganz andere Wendung genommen. Aber fünf Jahre später war es unmöglich, eine Untersuchung durchzuführen. Und so müssen wir zur Verurteilung übergehen. James Flanders wurde wegen Totschlags zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt, die nach elf Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Tanja, die Ehefrau des Angeklagten, wusste angeblich nichts von James' Verbrechen und war laut einem Augenzeugen, der sich als Flanders' Anwalt herausstellte, vom Tod Maries schwer erschüttert. Fünf Jahre später konnte Marie endlich Frieden finden und ihre letzte Ruhestätte finden. Wer weiß, vielleicht hat sie ja gesehen, wie ihre Schwester Esther bei der Beerdigung für sie gesungen hat. Die letzte ungelöste Frage in der Geschichte ist, was mit der kleinen Grace geschehen ist. Im Moment ist das Mädchen zwölf Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter, Tanja Flanders in Arizona. Vielleicht wird James, wenn er aus dem Gefängnis kommt, Teil dieser Familie. Und dann wird Grace den Mörder ihrer leiblichen Mutter Daddy nennen. Im Januar des Jahres 2006 verschwand eine Frau in Linwood, Washington, USA. Sie besuchte einen Club der anonymen Alkoholiker und versäumte kein einziges Treffen ohne wichtigen Grund. Sie war eine Art Vorbild, da sie zum Zeitpunkt der genannten Ereignisse bereits seit acht Jahren nüchtern war. Irgendwann hörte sie jedoch auf, ihre Freunde zu besuchen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten. Sie dachten, dass die Verschwundene wieder in ihrer Sucht gelandet war. Es stellte sich jedoch heraus, dass ihr etwas viel Schrecklicheres widerfahren war. Nicole Pitts wurde Ende Januar 1973 geboren. Das Mädchen wuchs in King County auf. Sie wurde am Eastern Washington College ausgebildet. Die Familie reiste im Sommer nach Seattle und verbrachte die meiste Zeit am See Sammamish. Nicole hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter Gail. Auch zu ihrem Stiefvater namens Rod hatte sie ein gutes Verhältnis. Nicole lernte ihren zukünftigen Ehemann David in den 90er Jahren kennen, als sie in einem Fitnessclub arbeitete. Sie verstanden sich sofort und dachten schon bald über eine romantische Beziehung und ein gemeinsames Leben nach. Das Paar heiratete erst im Jahr 2002, als sie ihre Gefühle überprüften. Ihre Hochzeit war sehr schön. Die Zeremonie fand auf der Insel Maui, Hawaii statt. Im Jahr 2005 kaufte das Paar eine Wohnung in Linwood, Washington, wo sie ihre Zeit in ihrer Lieblingsumgebung verbringen konnten. Zum Zeitpunkt ihres Umzugs war dies eine entwickelte, aber ruhige Stadt mit weniger als 40.000 Einwohnern. Sie hatte enge Straßen, zahlreiche Bars und Restaurants. Sie war ihrem früheren Wohnort sehr ähnlich und die junge Familie verliebte sich von der ersten Minute an in diesen Ort. Die Frau war gesellig und hatte viele Freunde. Selbst an einem neuen Ort machte Nicole innerhalb weniger Tage neue Bekanntschaften. Mit einigen von ihnen entwickelte sich eine gute Freundschaft. Sie liebte Tiere, ging oft mit ihren Hunden in der Nachbarschaft spazieren oder entspannte sich zu Hause mit ein paar Katzen. Tiere waren alles für sie. Sie kümmerte sich um sie wie um kleine Kinder. Auch beruflich war Nicole erfolgreich. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie eine Zeit lang in einem Fitnessclub. Dann wurde sie Managerin in einer Mobiltelefonfirma. Sie wohnte nicht weit von ihrem Büro entfernt. Der Weg zu und von der Arbeit dauerte nicht länger als 20 Minuten. Nicole erwies sich als wertvolles Teammitglied, da sie leicht eine gemeinsame Sprache mit allen Mitarbeitern fand und bei der Lösung aller Probleme der anderen half. Allerdings hatte sie auch Probleme. Schon als Jugendliche wurde sie an den Alkohol herangeführt und wurde später süchtig danach. Dies geschah zu dem Zeitpunkt, als sich ihre Eltern scheiden ließen und sie sich als gebrochen empfand. Ihre Mutter arbeitete als Flugbegleiterin und war oft auf Reisen. Und Nicole wurde ohne angemessene Aufsicht bei ihrer Großmutter zurückgelassen, die schon recht alt war, sodass sich das Mädchen auf eine schlechte Gesellschaft einließ. Die Eltern wurden jedoch rechtzeitig auf das Problem ihrer Tochter aufmerksam. Glücklicherweise konnte sie dank der Hilfe und Unterstützung von Verwandten mit dieser schädlichen Gewohnheit aufhören. Gemeinsam besuchten sie Gruppen der anonymen Alkoholiker, wo sich Nicole aussprach und es ihr leichter fiel. Ihr Alkoholkonsum ging jedoch nicht spurlos an ihr vorbei. Er verursachte ernsthafte gesundheitliche Probleme. Infolgedessen wurde bei Nicole Endometriose diagnostiziert. Im Alter von 21 Jahren unterzog sie sich drei Operationen, nach denen ihr eine ständige Einnahme von Schmerzmitteln verordnet wurde. Nach Aussage ihrer Angehörigen nahm sie die Medikamente jedoch nur, um mit den Schmerzen zurechtzukommen, die sie plagten. Im Jahr 2006 hatte sich die 32-jährige Frau bereits acht Jahre lang vom Alkohol ferngehalten, aber sie war weiterhin ein geschätztes Mitglied der anonymen Alkoholiker. Nicole versäumte kein Treffen, denn es war nicht nur eine Gelegenheit für sie, mit ihrem Problem fertig zu werden, sondern auch anderen zu helfen, damit die Süchtigen die Krankheit gemeinsam überwinden konnten. Nicole wusste, was es heißt zu kämpfen, und steckte alle in ihrer Umgebung mit ihrem Optimismus und Erfolg an. Von klein auf liebte sie es zu kochen. Dieses Interesse entwickelte sich erst mit dem Alter. Sie brachte gerne verschiedene Gerichte, die sie selbst zubereitet hatte, direkt zu ihrem Mann an die Arbeit, wofür er sie sehr liebte. Nicole telefonierte täglich mit ihrer Mutter, mit der sie sehr eng verbunden war. Zu Beginn des Jahres 2006 freute sich Nicole auf ihren 33. Geburtstag. Am 27. Januar, nur zwei Tage vor ihrem Geburtstag, erschien sie zur Überraschung aller nicht zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker in der Nachbarstadt Renton. David kam an diesem Tag spät von der Arbeit nach Hause und ging direkt ins Bett. Ihm zufolge war seine Ehefrau noch zu Hause. Am nächsten Morgen verließ sie jedoch das Haus, und er sah seine Frau nie wieder. David versuchte sie anzurufen, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei, aber Nicole ignorierte alle Anrufe. Der Mann dachte, dass seine Frau vielleicht beleidigt war, weil er gestern Abend beim Abendessen nicht mit ihr gesprochen hatte, wie es ihre Gewohnheit war, und direkt ins Bett ging, weil er müde war. Also überlegte er, wie er sich bei seiner Frau entschuldigen könnte und ging an seine Arbeit. Auch tagsüber ließ er es nicht an Versuchen fehlen, seine Geliebte anzurufen, aber sie schwieg, und das begann ihn zu beunruhigen. Daher kontaktierte der Ehemann mehrere ihrer Freunde und ihre Mutter, doch niemand sah Nicole. Am Abend kehrte der Mann nach Hause zurück und fand seine Frau nicht zu Hause vor. Als die Frau nicht zum Abendessen kam, beschloss er, die Polizei zu verständigen. Nicoles Ehemann rief noch am Abend das Büro des Sheriffs an, dem jedoch mitgeteilt wurde, dass nicht genug Zeit vergangen sei, um die Frau als vermisst zu betrachten. Dem Mann gelang es, Beamte dazu zu bringen, ihren Aufenthaltsort zu überprüfen. Er war der Meinung, dass das Verhalten seiner Frau völlig untypisch für sie war und er den starken Verdacht hegte, dass ihr etwas zugestoßen war. Die Ermittler trafen in der Wohnung des Paares ein, wo neben Nicole auch ihr Volkswagen Jetta fehlte. Sie war morgens zur üblichen Zeit auf dem Weg zur Arbeit, verschwand aber irgendwo zwischen Linwood und Renton. Die Mutter der Vermissten und ihr Stiefvater waren ebenfalls besorgt über ihr Verschwinden. Die Frau hatte den ganzen Tag keinen Anruf von ihrer Tochter erhalten und hielt dies für ein schlechtes Zeichen. Die Eltern des Vermissten unterstützten seine Entscheidung, die Polizei zu verständigen. Die Polizeibeamten riefen in Nicoles sozialem Umfeld an und begannen, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass niemand sie seit ihrem Verschwinden gesehen hatte, mit der Suche nach ihr. Noch am selben Tag buchte die Familie der Vermissten einen Flug nach Washington. Sie hofften auf das Beste und wollten jede erdenkliche Hilfe leisten, um ihre Tochter so schnell wie möglich zu finden. Alle waren verblüfft, denn Nicole war eine sehr zuverlässige und verantwortungsbewusste Person. Sie würde niemals verschwinden oder Kontaktversuche ignorieren. Selbst wenn sie nicht sofort antworten konnte, rief sie bald zurück. Je länger ihr Schweigen anhielt, desto besorgter wurden die Eltern und der Ehepartner der Vermissten. Alle, die an der Suche nach Nicole beteiligt waren, machten sich sofort an die Arbeit. Sogar ihre Mutter und ihr Stiefvater eilten zur Polizei, sobald sie in die Stadt geflogen waren. An der Such- und Rettungsaktion waren auch Mitglieder des Clubs der anonymen Alkoholiker beteiligt, die Nicole sehr liebten und ihrer Familie helfen wollten. Dieser Club war sehr wichtig für sie. Nicht nur, dass sie nie ein Treffen versäumte, sondern dieses Mal sollte ihr auch eine Belohnung für acht Jahre Nüchternheit überreicht werden, worauf sie sehr stolz war. Es gab keinen einzigen Grund für sie, irgendwo hinzugehen und all ihre Angelegenheiten hinter sich zu lassen. Nicoles Anrufbeantworter quoll über vor Anrufen von Dutzenden von Freunden und Familienmitgliedern. Doch kein einziger von ihnen kam durch. Manche dachten, sie sei vielleicht wieder mit Alkoholprobleme konfrontiert, obwohl sie jahrelang erfolgreich mit ihrer Sucht zurechtgekommen war. Die Realität war jedoch weitaus erschreckender. In der Zwischenzeit war die Polizei nicht nur mit der Suche nach der Vermissten beschäftigt, sondern auch mit der Suche nach ihrem Auto. Jedes Viertel in Linwood wurde durchkämmt, aber ohne Erfolg. Auch die Eltern der Vermissten, Rod und Gail, waren nicht untätig. Sie richteten eine Website ein, um Informationen über ihre vermisste Tochter zu erhalten. Es gab zwar Reaktionen auf ihre Notlage, aber die meisten Nachrichten, die die Nutzer hinterließen, waren Wünsche für den Erfolg der Suche und die übrigen Informationen waren unwahr. Die Suche schien in einer Sackgasse zu stecken, bis der Zufall dazwischen kam. Am 7. Februar joggte ein Einheimischer in der Nähe des Waldgebiets Sunset Park, wo sich ein kleiner See befand. Er beschloss, eine Abkürzung durch die Randgebiete der Anpflanzung zu nehmen und stieß zufällig auf ein seltsames Objekt unter einem Brombeerstrauch. Aus der Ferne konnte er nicht erkennen, um was es sich handelte. Also beschloss er näher heranzugehen und war entsetzt, als er den nackten Körper einer Frau vor sich sah. Der Mann rief sofort die Polizei. Die Polizeibeamten trafen sofort am Tatort ein. Beamte, die mit dem Fall Nicole Pitts vertraut waren, arbeiteten im Wald. Sie stellten sofort fest, dass die Leiche zu ihr gehörte. Es war für das bloße Auge offensichtlich, dass die Frau nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Da sie keine Kleidung trug, wurde angenommen, dass sie vergewaltigt worden war und dies wahrscheinlich das Motiv für das Verbrechen war. Der Gerichtsmediziner stellte jedoch fest, dass es sich nicht um eine Vergewaltigung handelte. Nach einer Autopsie im Labor wurde festgestellt, dass die Verstorbene bei den Schlägen mehrere Verletzungen erlitten hatte. Die Todesursache jedoch Erstickung war. Am gesamten Körper der Frau wurden zahlreiche Verletzungen durch stumpfe Gewalt festgestellt. Sie befanden sich an den Beinen, am Oberkörper und am Kopf. Der Mord an Nicole war äußerst brutal und lässt auf ein persönliches Motiv aus Hass schließen. Aber wer würde Nicole so etwas antun, wenn sie keine Feinde hatte? Der Fall wurde von Verschwinden in Mord umgestuft. Die Nachricht von Nicoles Ermordung war für ihren Ehemann und ihre Eltern niederschmetternd. Sie konnten nicht glauben, dass ihre Liebste verschwunden war. Die Ermittler begannen, die letzten Bewegungen des Opfers zu verfolgen. Zu diesem Zweck überprüften sie die Transaktionen ihrer Bankkarten. Es stellte sich heraus, dass sie das letzte Mal am 30. Januar in einer Nachbarstadt benutzt wurde. Hier bezahlte die Frau Benzin. Die Ermittler forderten Videoaufnahmen der Tankstelle an, da der Verdacht bestand, dass nicht sie, sondern der Mörder mit ihrer Karte eingekauft haben könnte. Und sie hatten die Möglichkeit, ihn auf den Aufnahmen zu sehen. Während die Ermittler auf die Aufnahmen warteten, setzten die Beamten die Suche nach dem Auto des Opfers fort, da es wichtige Daten für die Ermittlungen liefern könnte. Die Ermittler analysierten erneut die Identität der ermordeten Frau und ihr soziales Umfeld. Es gab keine Hinweise. Nicole war eines der freundlichsten Frauen an ihrem Arbeitsplatz und in ihrem Club. Sie hatte keine Feinde und hätte auch nie welche haben können. Sie war eine treue Freundin, eine liebevolle Ehefrau, eine zärtliche Tochter, eine kompetente Mitarbeiterin und liebte ihre Haustiere. Sogar ihre eigene Sucht konnte sie zum Guten wenden, indem sie Menschen unterstützte, die ihrem Beispiel, dem Alkohol zu entsagen, nicht folgen konnten. Während die Ermittler mit ihren Methoden versuchten, das Auto zu finden, waren auch Familie und Freunde nicht untätig, sondern begannen, aktiv über das verschwundene Auto und den Verbleib ihres Angehörigen zu berichten. Die Angehörigen wandten sich offen an die Öffentlichkeit und baten sie, auf das Auto zu achten und es nach dem Auffinden in keiner Weise zu berühren. In den verteilten Flugblättern hieß es, man solle sofort die Polizei anrufen, da das Auto in den Mord an einer Frau verwickelt sei und das half. Aufmerksame Anwohner fanden Nicoles Auto am 21. Februar 2006. Es war auf einem Parkplatz in der Nähe der Washington University abgestellt. Das Fahrzeug wurde sofort zur Laboranalyse beschlagnahmt. Die Strafverfolgungsbehörden hofften, Hinweise auf den Täter zu finden und die Kette der Ereignisse, die zu der Tragödie geführt hatten, zu rekonstruieren. Sie fanden eine große Menge an Müll und Gegenständen im Auto, die von Büchern bis zu Sportgeräten reichten. Die Polizei interessierte sich für etwas Interessanteres, wie eine Art Datenträger, idealerweise das Handy des Opfers. Die Ermittler fanden heraus, dass jemand nach dem Verschwinden den Ausweis und die Kreditkarte der Frau weiter benutzte. Sie fehlten im Auto und in der Wohnung des Opfers. Die Ermittler verfolgten aktiv die Theorie, dass Nicoles Auto auf der Straße liegen geblieben sein könnte und sie von einem Fremden abgesetzt wurde, der sein Opfer brutal angegriffen hatte. Das Auto befand sich an einem untypischen Ort, da Nicole in eine andere Stadt fahren musste. Der Sitzposition nach zu urteilen, war das Auto von einem Fahrer gefahren worden, der deutlich größer und kräftiger war als Nicole. Im Labor wurde die Sitzposition sorgfältig vermessen, um einige Informationen über den wahrscheinlichen Täter herauszufinden. Außerdem wurden im Innenraum des Wagens DNA-Spuren, Haare und ein einzelner Fingerabdruck gefunden. All dies wurde sorgfältig gesammelt und mit Datenbanken abgeglichen. Gleichzeitig gingen mehrere Streifenbeamte in die Gegend, in der das Auto gefunden wurde, und befragten Bewohner der umliegenden Häuser, ob sie den Moment gesehen haben, in dem das Auto des Ermordeten auf dem Parkplatz auftauchte, oder den Fahrer, der es abgestellt hatte. Dies führte jedoch zu keinem Ergebnis, obwohl das Auto seit dem 10. Februar auf dem Parkplatz geparkt worden war. Die Polizei stellte dies fest, weil an der Windschutzscheibe ein auf dieses Datum datierter Strafzettel für unbefugtes Parken klebte. Leider gab es dort keine Überwachungskameras, die bei den Ermittlungen helfen konnten. Die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung, die zur Bewertung der gefundenen DNA-Spuren angeordnet worden war, ließen nicht lange auf sich warten. Alle DNA-Spuren stammten von Nicole und David, und es befanden sich keine fremden Proben im Auto, was seltsam war, sodass die Untersuchung keine neuen Informationen zur Aufklärung des Verbrechens lieferte. Anfang April gab es immer noch keine Hinweise. Die Mutter und der Stiefvater der vermissten Frau setzten eine Belohnung von 10.000 Dollar für jeden aus, der Informationen liefert, die zur Ergreifung des Täters beitragen könnten. Die Familie und Freunde des Opfers wollten die Massen aufrütteln. Dies konnte nicht nur dazu beitragen, wertvolle Informationen zu erhalten, sondern wirkte auch psychologisch. In der Regel verfolgen die Mörder die Entwicklungen nach der Tat, eine aktive Bewegung konnte nicht unbemerkt bleiben. Polizeibeamte lieben diese Technik, da die Verbrecher nervös werden und Fehler machen. Zu diesem Zweck trat die Mutter wiederholt im Fernsehen auf verschiedenen Kanälen auf. Während dieser Zeit war ihre Familie gezwungen, wegen ihrer Arbeit nach Arizona zurückzukehren. Sie standen jedoch in ständigem Kontakt mit den ermittelnden Beamten und die Mutter und der Stiefvater waren von dieser Tragödie stark betroffen, da Nicole beiden sehr nahe stand. Der Ehemann war untröstlich und ärgerte sich darüber, dass die Ermittlungen so lange dauerten. Doch nichts half, die Ermittlungen voranzutreiben. Aus Wochen wurden Monate ohne Ergebnisse. Im September desselben Jahres wurde der Fall an einen anderen Ermittler übergeben, der in seinem Fachgebiet sehr erfahren war. Zu diesem Zeitpunkt sammelten die Ermittler immer noch Informationen über die Bewegungen der Frau und versuchten, sich ein genaues Bild zu machen. Der neue Ermittler beantragte sofort einen Durchsuchungsbefehl für das Haus, in dem die ermordete Frau lebte. Es stellte sich heraus, dass dies bis jetzt noch nicht geschehen war. Der neue Ermittler wollte in dem Haus und in ihren Sachen nach Hinweisen suchen, vor allem aber wollte er sich die Daten auf Nicoles Computer ansehen. Sie fanden jedoch keine Spuren des Verbrechens, kein Blut oder andere Hinweise im Haus, auch im Computer fanden sie nichts von Interesse. David unterstützte die Ermittlungen, aber es dauerte sehr lange, die riesige Datenmenge zu verarbeiten. Während dieser Zeit sprachen die Ermittler weiterhin mit Zeugen und Personen, die das Opfer kannten, darunter die 62-jährige Barbara, die mit der Verstorbenen befreundet war, nachdem sie sie in dem Club der anonymen Alkoholiker getroffen hatte. Am Tag des Verschwindens waren sie für den Abend in einem Café verabredet, aber Nicole erschien nicht. Ihre Freundin dachte zunächst, sie käme zu spät, aber das war untypisch für sie, also versuchte Barbara Nicole anzurufen. Sie versuchte es mehrmals an diesem Tag, aber keiner der Anrufe wurde von der Vermissten beantwortet. Es war genau ein Jahr her, dass Nicole ermordet worden war. Für ihre Familie und ihre Freunde war es eine Tortur gewesen. Auch die Polizei hatte in dieser Zeit ein gewaltiges Arbeitspensum zu bewältigen. Dennoch gelang es ihr nie, den brutalen Verbrecher zu fassen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Eltern der Verstorbenen in einem Haus in Arizona und litten unter den Folgen des von einem Monster begangenen Mordes. Ihr Schmerz hatte im Laufe des Jahres kein bisschen nachgelassen. Rob und Gail waren verzweifelt und beschlossen, einen Privatermittler zu engagieren. Sie konnten sich keinen Reim auf die Ungereimtheiten machen, die in dem Fall immer wieder auftauchten, zum Beispiel, dass Nicole das Haus ohne ihren Ehering verließ. Das war völlig untypisch für eine Frau, die so stolz auf ihre Ehe war und unter keinen Umständen das Symbol ihrer Ehe abgelegt hätte. Der Privatermittler machte sich an die Arbeit, aber sie war erfolglos. Im Juli des nächsten Jahres hatten die Eltern des Opfers die Belohnung für Hinweise auf den Mörder auf 25.000 Dollar erhöht. Weitere Tausend sollten von Organisationen, die sich mit der Verbrechensbekämpfung und der Suche nach vermissten Personen befassen, hinzugefügt werden. Die Aufregung über diese Ereignisse hielt in der Stadt noch immer an, da den Bewohnern klar wurde, dass ein gefährlicher Verbrecher auf freiem Fuß war. Offenbar hatte er kein Motiv, was bedeutete, dass es sich um einen Wahnsinnigen handeln konnte, der jederzeit wieder zuschlagen konnte. Ein weiteres Jahr verging, ohne dass es neue Informationen über den Mörder gab. Dann erhöhten der Stiefvater und die Mutter des Opfers den Fonds um weitere 10.000 Dollar. Die Polizei beantragte erneut einen Durchsuchungsbefehl, um den Computer der vermissten Frau einzusehen. Die Ermittler waren zuversichtlich, dass es dort Informationen geben könnte, die auf den Täter hinweisen. Im Oktober 2009 wurde ein von dem Ehepaar beauftragter Privatermittler wegen Diebstahls angeklagt. Es betraf zwar nicht die Helden unserer Geschichte, aber der Mann täuschte eine seiner Kunden. Er sagte ihnen, er habe Beweise in dem Fall gefunden, brauche aber Geld, um sie zu bearbeiten. Die trauernden Eltern gaben ihm zusätzliches Geld, woraufhin der Ermittler verschwand und sofort einen anderen Job annahm. Daraufhin wurde ihm die Zulassung entzogen, da das Gericht feststellte, dass er dies regelmäßig tat. Somit standen auch Nicoles Eltern ohne einen Privatermittler und ohne Hinweise auf den Mörder da. Im Jahr 2011 jährte sich der Todestag von Nicole zum fünften Mal. In dieser Zeit wurde zwar nach einem Verdächtigen gefahndet, aber es wurden keine Informationen preisgegeben. Das lag daran, dass die Strafverfolgungsbehörden genügend Beweise hatten, um eine Beteiligung an dem Mord nachzuweisen. Doch bald kam es zu einem Durchbruch. Am 21. März 2012 wurde schließlich ein Verdächtiger verhaftet. Es handelte sich um den Ehemann der ermordeten Frau, David Pitts. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ermittler der Meinung, dass sie genügend Beweise gegen den Mörder gesammelt hatten. Er wurde gegen eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar inhaftiert, konnte den Betrag jedoch nicht aufbringen und blieb hinter Gittern. Nach Angaben des Staatsanwalts konnte der Fall nur dank innovativer Technologien vorangebracht werden, die vorher einfach nicht verfügbar waren. Dies war in erster Linie auf die Entwicklung und Einführung genauerer DNA-Verarbeitungstechniken sowie auf die Entwicklung der mobilen Kommunikation zurückzuführen, die nun leichter zu verfolgen ist. Da die Ermittler keine Feinde des Opfers ausfindig machen konnten, richteten sie ihr Augenmerk sofort auf den Ehepartner des Verstorbenen, denn in solchen Fällen sind in der Regel die Partner beteiligt. Außerdem klangen seine Aussagen über den Vorabend wenig überzeugend. Außerdem gingen die Ermittler davon aus, dass in Nicoles Auto Abdrücke von nur zwei Personen gefunden wurden, von ihr und ihrem Mann. Wäre ein Fremder im Auto gewesen, wären die Abdrücke geblieben, weil sie nicht abgewischt worden waren. Und wenn der Täter die Abdrücke abgewischt hätte, wären sie gar nicht im Auto gewesen. Der zurückgelehnte Fahrersitz entsprach Davids Proportionen, ein Mann, der David sehr ähnlich sah und von den Überwachungskameras der Tankstelle erfasst wurde. Er hatte auch das Handy seiner Frau nach deren Verschwinden benutzt und mehrere Anrufe an verschiedenen Orten in der Stadt getätigt. Die Beamten vermuteten, dass der Täter auf diese Weise versuchen wollte, die Ermittlungen zu verwirren. Mit Hilfe moderner Ortungstechnologie konnten jedoch die genauen Orte ermittelt werden, von denen aus die Anrufe getätigt wurden. Und Nicole konnte nicht dort gewesen sein. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Das Handy ihres Mannes wurde an denselben Orten gepinkt. Die Mordmethode ist Strangulation, die in der Regel persönlich ist. Am Tatort wurden einige Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass der Täter seinem Opfer viel näher war als zunächst angenommen. Es passte auch gut zu der Tatsache, dass die Frau nicht sexuell missbraucht worden war. In Nicoles Mund wurde eine Zahnspange gefunden, die sie während des Schlafs benutzte. Das bedeutet, dass sie in der Nacht oder am frühen Morgen getötet wurde, als sie noch im Bett lag. Darauf deutet auch ihr Äußeres hin. Die Frau war unbekleidet, ihre Füße und Hände waren völlig sauber, es gab keine Abwehrverletzungen, so als hätte sie sich nicht gewehrt und wäre einfach hergebracht worden. Um den genauen Todeszeitpunkt festzustellen, untersuchten die Gerichtsmediziner den Inhalt des Magens des Opfers. Sie stellten fest, dass das Essen, das Nicole am Abend zuvor zu sich genommen hatte, nicht verdaut worden war. Dies deutet darauf hin, dass sie getötet wurde, bevor sie am Morgen aufwachte und zur Arbeit ging. Das Einzige, was nicht klar war, war das Motiv des Täters. Auf den ersten Blick handelte es sich um liebende Eheleute, die eine wunderbare, herzliche Beziehung und Gefühle hatten. Es stellte sich jedoch heraus, dass das alles nur Show war und es viele Gründe für die Tat gab. Zu dieser Zeit befand sich die Familie in ernsten finanziellen Schwierigkeiten. Am Tag des Mordes sollte David die Beförderung erhalten, auf die sie sich gefreut hatten. Da er jedoch mit nichts zurückkam, war er zunächst sehr verunsichert. Das Familienoberhaupt war eine Art Partylöwe. Er trank gerne Alkohol und rauchte Gras. Ein großer Teil des Familienbudgets ging für seine Vergnügungen drauf. Nicole hingegen hatte viel Zeit und Mühe investiert, um mit dieser Sucht fertig zu werden und war seit vielen Jahren trocken. David beneidete seine Frau darum. Außerdem hatte der Mann nebenbei noch eine Affäre. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass David während seiner Beziehung mit der ermordeten Frau mindestens vier verschiedene Freundinnen hatte. Sein ausschweifender Lebensstil führte dazu, dass er ständig versuchte, seine Frau zu einem Dreier zu verleiten. Einmal setzte er sie in einem Club unter Drogen und versuchte, sie dazu zu überreden, aber sie weigerte sich weiterhin, was ihm nicht passte. Der Mann warf seiner Ehefrau ständig vor, zu langweilig zu sein. Nicole hingegen machte ihm Vorwürfe, weil er zu viel Geld für Spaß und Alkohol ausgibt und es für ihn an der Zeit ist, sesshaft zu werden. Bei seinen Vergnügungen in Clubs habe er Frauen kennengelernt, mit denen er Geschlechtsverkehr hatte. David, der den Polizeibeamten wie ein trauernder Witwer erschien, war in Wirklichkeit keiner. Er hat nicht lange gewartet, um den Tod seiner Ehefrau zu betrauern. Schon in den ersten Tagen nach Nicoles Verschwinden begann er, sich neue Geliebte zu suchen. Als er verhaftet wurde, hatte David bereits eine andere Familie und ein Kind. Für die Eltern des Opfers war dies sehr schmerzlich, da ihre Tochter immer davon geträumt hatte, Kinder zu haben, aber er wollte davon nichts wissen. Außerdem begann der Ehemann des Opfers sofort mit dem Sammeln von Bescheinigungen, um eine ordentliche Summe in der Lebensversicherung für seine ermordete Frau zu erhalten. Nachdem all diese Tatsachen festgestellt worden waren, fügte sich das Puzzle zusammen und David wurde zum Verhör geladen, wo er seine Beteiligung an dem Mord bestritt. Als er gebeten wurde, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, willigte er ein, aber die Technik zeigte, dass er log. All dies bestätigte die Gedanken der Mutter und des Stiefvaters des Opfers. Sie waren von Anfang an davon ausgegangen, dass Nicoles Ehemann für ihren Tod verantwortlich war und hatten die Ermittler darüber informiert. Nach all diesen Jahren sammelten die Ermittler Beweise gegen ihn. Der Mann wurde verhaftet und wegen Mordes angeklagt. David leugnete jedoch kategorisch seine Beteiligung an dem Verbrechen. Der Prozess begann im September 2013 sieben Jahre nach dem Tod von Nicole. Ihre Familie und Freunde waren im Gerichtssaal, wo die Gerechtigkeit siegen sollte. Der Anwalt des Mörders versuchte die Tat darauf zurückzuführen, dass Nicole einen Rückfall in ihrer Alkoholsucht erlitten hatte und möglicherweise auch von verschreibungspflichtigen Medikamenten abhängig geworden war. Denn bei der Durchsuchung des Badezimmers wurde eine leere Flasche mit verschreibungspflichtigen Pillen gefunden. Alle Beweise gegen David seien Indizien und der Fall sei erfunden und auf Spekulationen aufgebaut, argumentierte die Verteidigung. Die Eltern von Nicole erklärten dem Gericht, der Ehemann der Verstorbenen habe sich nie an den Durchsuchungen beteiligt oder Flugblätter verteilt, sondern nur so getan, als sei er verärgert. Gleichzeitig wussten sie von den Eheproblemen zwischen den Eheleuten. Zu den Tabletten merkte die Mutter an, dass es sich um ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel handelte, dass der Frau gegen starke Schmerzen verschrieben worden war, als sie sich kurz vor ihrem Tod den Rücken verletzte. Es führte zu einer deutlichen Verbesserung ihres Zustands. Die Anwälte versuchten also nicht nur den Prozess zu verzögern, sondern auch die Geschworenen zu verwirren. Selbst wenn das Medikament nicht zur Betäubung, sondern zur Suchtbekämpfung benötigt wurde, rechtfertigt dies in keiner Weise die brutale Ermordung der Frau. Nach der Verlesung des gesamten Aktenmaterials begannen die Geschworenen mit der Beratung, die sich über sechs Stunden hinzog. Am Ende befanden sie den 36-jährigen David Pitts des Mordes an seiner eigenen Frau für schuldig. Nach dem Recht des Staates Washington drohten ihm zwischen zehn und 18 Jahren Haft. Daraufhin wurde der Mann zu der höchstmöglichen Strafe von 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Er war von Anfang an der Hauptverdächtige, aber es dauerte lange sieben Jahre, um seine Schuld zu beweisen. Manche Menschen verbergen ihre dunklen Seiten so gut, dass man jahrelang neben gewalttätigen Verbrechern leben kann, ohne es zu merken. Doch wenn das Böse ans Licht kommt, kommt auch alles Geheime ans Licht. So etwas ist vor kurzem in Ecuador passiert. Die Heldin der heutigen Geschichte lebte in Sangolqui, in der Provinz Pichincha, Ecuador. Ihr Name war Paola Ortega. Die Frau war Mutter von zwei Töchtern, die zum Zeitpunkt der Tragödie 14 und 4 Jahre alt waren. Sie und ihr Mann führten ein kleines Geschäft im Stadtzentrum. Sie führten ein Geschäft in Quito, in dem sie Party und Festartikel wie Luftballons, Piñatas und andere notwendige Dinge verkauften. Paolas ganze Familie arbeitete in diesem Geschäft. Ihre Eltern, Brüder und Schwestern verkauften und führten das Geschäft. Es handelte sich um eine sehr wohlhabende Familie, die jeder in Sangolca kannte. Sie arbeiteten schon seit vielen Jahren zusammen, sodass sie einen festen Stand hatten. Dies war vor allem Paolas Vater zu verdanken, der in das Geschäft investierte und nicht versagte. Junge Geschäftsleute waren gesellig und freundlich. Sie zogen zwei Töchter groß, von denen die Ältere von einem anderen Mann stammte, der neue Ehepartner akzeptierte sie jedoch als leibliche Tochter und war ein Vorbild für gute Eltern. Die Idylle hielt bis zum tragischen Ereignis an. Am Montag, dem 2. Januar 2023, wachte Paola in ihrer Wohnung auf. Ihr Mann, Christian, war an diesem Tag in Quito und wollte gegen 6 Uhr abends aus persönlichen Gründen in Sangolca eintreffen. Die Frau war den ganzen Tag in ihrer Verkaufsstelle gewesen und hatte ihre Arbeit erledigt. Der Arbeitstag näherte sich dem Ende. Normalerweise hatte sie einen Assistenten dabei, aber an diesem Tag war er nicht dabei. Während sie die Waren in der Vitrine ordnete, betraten zwei unbekannte Männer den Raum. Als Paola sie sah, erschrak sie sofort, denn sie sahen ziemlich bedrohlich aus. Sie hatte das Gefühl, dass sie gekommen waren, um sie zu töten. Einer der Männer näherte sich der Kasse und begann mit Paola zu sprechen. Er sagte, er wolle aufblasbare Luftballons für die bevorstehende Geburtstagsfeier eines Kindes kaufen. Es war offensichtlich, dass er versuchte, sein Opfer zu täuschen, denn der andere Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Tür und sah sich aufmerksam um. Paola ging von der Kasse weg und gab zu verstehen, dass sie den Geschäftsführer kontaktieren müsse. Sie rief jedoch weder die Polizei noch sonst jemanden an, sondern rief ihre Mutter an und erzählte ihr von den verdächtigen Typen im Laden. Ihre Mutter schlug ihr vor, den Laden zu schließen, da es schon spät abends sei und ohnehin keine Kunden mehr kämen. Ihre Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand, aber die Frau versprach, so bald wie möglich in den Laden zu kommen. Paola rief ihren Mann an und erzählte ihm, was passiert war. Aber er gab ihr zu verstehen, dass der Laden nicht geschlossen werden sollte, da diese Leute wie Kunden aussehen und wahrscheinlich etwas kaufen würden. Daraufhin nahm die Mutter erneut Kontakt mit ihrer Tochter auf. Die Frau fuhr fort, sie davon zu überzeugen, dass der Laden geschlossen werden sollte und verließ das Geschäft. Sie hörte jedoch nicht auf sie und berief sich auf die Worte ihres Mannes. Schließlich merkten die beiden Männer, dass sie einen Aufstand macht und gingen einfach weg. Der Mutter gelang es, Paola zu überreden, den Laden zu verlassen und sie schloss ihn etwa eine Stunde nach Ankunft der mysteriösen Fremden, also gegen 19 Uhr. Sie bot an, nach Hause zu fahren und dort zu Abend zu essen, aber Christian lehnte ab, weil seine ältere Tochter Hamburger wollte und er ihr anbot, sie zu holen. Paola rief ihre Tochter an, die aber antwortete, dass sie gar nicht um Essen gebeten habe. Sie stimmte jedoch zu, wenn ihre Eltern sie sowieso kaufen würden. Also stiegen die beiden in ihren Pickup und fuhren zu dem Fastfood-Restaurant. Christian parkte den Wagen einen Häuserblock vom Restaurant entfernt, was völlig untypisch für ihn war, da er normalerweise sehr rücksichtslos fuhr und leicht den Verkehr blockieren. Zebrastreifen überqueren und Verkehrsschilder missachten konnte, wenn es ihm gerade passte. Diesmal jedoch hielt er vorschriftsmäßig und weit entfernt vom Lokal an. Er stieg aus und ließ seine Frau im Auto zurück, unter dem Vorwand, dass es draußen zu kalt sei und er Angst habe, dass die Frau frieren würde. Die weiteren Ereignisse wurden anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskameras rekonstruiert, unter denen sich zufällig das Auto des Geschäftsleutepaares befand. Zwei unbekannte Männer näherten sich dem Fahrzeug. Paola schaffte es nicht auszusteigen, sie glaubte, sie sei in Sicherheit. Der Ehemann schloss das Fahrzeug ab, bevor er ging. Doch als sich die beiden Personen näherten, blinkten die Scheinwerfer verräterisch auf. Das bedeutete, dass die Schlösser entriegelt waren und die Türen offen standen. Paola konnte die Gefahr im Inneren förmlich spüren. Sie erkannte, dass die Angreifer es ernst meinten. Die Frau zwängte sich schnell in den hinteren Teil der Kabine, aber sie konnte nirgends hinlaufen und saß in der Falle. Das Auto war offen, sodass die Eindringlinge kein Problem hatten, durch die Türen zu kommen. Einer von ihnen blieb auf dem Fahrersitz und rief jemanden an. Der zweite stieg in den hinteren Teil des Wagens, wo er Paola mehrere Stiche ins Gesicht, in den Nacken und ins Schulterblatt versetzte. Anschließend flüchteten die Täter und ließen das Opfer verbluten, aber sie lebte noch. Einige Minuten später kehrte ihr Ehemann, Christian Navarretto, zum Tatort zurück. Der Mann wirkte jedoch sehr ruhig. Er half seiner Frau nicht, sondern griff sofort zu seinem Handy und rief den Notdienst an. Auf die Fragen der Telefonistin hin schwieg er jedoch einige Sekunden lang und brach dann das Gespräch ab. Dann wählte er einen Verwandten von Paola an, der sich als ihr Cousin herausstellte. Zunächst sagte er ihm, seine Frau sei entführt worden, korrigierte sich aber später und sagte, er habe ihre Leiche mit Stichwunden gefunden. Der Cousin sagte, die Frau müsse sofort ins Krankenhaus gebracht werden, woraufhin Christian antwortete, dass er dies gerade tun wolle und den Anruf beendete. In der Nähe, nur ein paar Blocks entfernt, befand sich ein Krankenhaus, in dem das Opfer behandelt werden konnte. Der Überfall ereignete sich gegen 19.28 Uhr. Um 19.28 Uhr rief Christian jedoch den Notdienst an, brach den Anruf ab und kontaktierte dann die Familie des Opfers. Danach machte er noch einige Zeit etwas anderes mit seinem Handy. Schließlich setzte sich der Mann hinters Steuer, fuhr aber nicht zur nächsten Klinik, obwohl er die Stadt gut kannte. Er hätte wissen müssen, dass die nächste medizinische Einrichtung, die rund um die Uhr geöffnet hat, gleich um die Ecke liegt. Stattdessen fuhr er zu dem am weitesten entfernten Krankenhaus, das er auf der Karte finden konnte, wo es eine Krankenschwester gab, die Paolas Verwandte kannte. Zu diesem Zeitpunkt war das Opfer noch am Leben, befand sich aber in einem kritischen Zustand, da sie viel Blut verloren hatte, wie das blutbespritzte Innere des Familienautos verriet. Die Sanitäter sahen Stichwunden am Körper der Frau und meldeten den Vorfall der Polizei. Polizeibeamte wurden in die Klinik geschickt, um die Umstände des Angriffs auf die Frau zu untersuchen. Trotz der Hilfe der Ärzte verlor Paola zu viel Blut, sodass sie auf dem Operationstisch starb. Als die Ärzte ihrem Ehemann mitteilten, dass Paola gestorben war, begann er sich sehr seltsam zu verhalten. Zunächst raufte er sich die Haare und schrie, begann gegen Möbel zu treten und lief nervös im Büro zwischen Fenster und Tür umher. Nach einer Weile bemerkte der Mann jedoch die überraschte Reaktion der Sanitäter und beruhigte sich schlagartig. Christian weinte nicht und zeigte kein Bedauern über den Tod seiner Ehefrau. Nach dem Angriff überprüfte der Mann in aller Ruhe etwas auf seinem Handy und unternahm keine weiteren Schritte. Als die Polizei am Tatort eintraf, sprach sie mit dem Ehemann der Verstorbenen. Christian war ruhig, er sagte, er habe Glück gehabt, da er in dem Moment, als seine Frau von unbekannten Tätern angegriffen wurde, Hamburger holen gegangen sei. Ihm zufolge war sie eindeutig Opfer eines Raubüberfalls geworden, da ihr mehrere Wertsachen fehlten. Christian gab an, dass er das Auto verschlossen ließ und Paola selbst sich weigerte, mit ihm zu gehen, da es ziemlich kalt war und sie müde war. Als der Mann zurückkam, fand er seine Frau verletzt und das Auto unverschlossen vor, woraufhin er sofort den Rettungsdienst verständigte und seine Frau ins Krankenhaus brachte. Zu diesem Zeitpunkt wurde er nicht verdächtigt, an dem Vorfall beteiligt gewesen zu sein. Jeder kannte das Paar als zwei liebevolle Menschen, die seit vielen Jahren zusammen waren und zwei Töchter großzogen. Christian stand seiner Ehefrau, seinen Mädchen und seiner ganzen Familie immer sehr nahe. Es gab hunderte von Fotos, die die glücklichen Gesichter der jungen Eheleute in besonderen Momenten zeigten. Es sah alles nach einer echten Idylle und einem vorbildlichen Leben aus. Die Polizei musste jedoch zunächst die Personen überprüfen, die als letzte mit dem Opfer des Angriffs in Kontakt traten. Sie beschlossen, natürlich mit dem Ehemann zu beginnen. Die Ermittler reisten zum Lokal, in das Christian nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Überfalls gegangen war. Glücklicherweise gab es Überwachungskameras und die Polizeibeamten beantragten Zugang zu den Aufnahmen. Nach Sichtung der Aufnahmen verdächtigten die Ermittler zunächst den Mann in den Vorfall verwickelt zu sein. Christian sagte, er habe das Auto abgeschlossen und sei Essen holen gegangen. Dass seine Frau nicht frieren musste, ließ er angeblich den Motor laufen, aber die Aufnahmen zeigten, dass er, sobald er im Lokal war, seinen Autoschlüssel zog und die Türen entriegelte. Dies war keine beiläufige Geste, sondern so, als hätte er alles bewusst so geplant, dass er sich nicht außerhalb der Reichweite des Kontrollsystems des Autos befand, aber dennoch weit genug entfernt war, um keinen Verdacht zu erregen. Die Verbrecher sprangen sofort in den offenen Wagen. Es war, als hätten sie auf sein Signal gewartet und sie verhielten sich zu schlüssig. Sobald die Schlösser entriegelt waren, befanden sich die Angreifer bereits in der Nähe ihres Ziels und nichts davon schien ein Zufall zu sein. Selbst Christians Verhalten, nachdem er seine verletzte Frau gefunden hatte, wirkte zu seltsam. Der Mann hatte nicht einmal versucht, ihr zu helfen. Er hatte lange gezögert, bevor er sie in eine Klinik brachte, und zwar in die am weitesten entfernte. Es sah so aus, als hätte der Mann ein Interesse am Tod seiner Frau gehabt. Nach der Untersuchung des Tatorts brachten die Gerichtsmediziner die Leiche des Opfers zur Analyse ins Labor. Die Gerichtsmediziner fanden elf Stichwunden an ihrem Körper, die meisten davon am Hals. Dadurch wurden wichtige Arterien beschädigt, was in Verbindung mit dem langen Warten auf Hilfe zum Tod der Frau führte. Hätte der Ehemann sofort den Notdienst über den Angriff informiert und wären die Ärzte schnell vor Ort gewesen oder hätten sie sie in die nächste Klinik gebracht, wären Paolas Überlebenschancen recht hoch gewesen. Es sah so aus, als hätte der Ehemann des Opfers die ganze Sache sorgfältig geplant. Er platzierte das Auto hinter den Mülltonnen, sodass es von den benachbarten Straßen aus nicht zu sehen war. Die Täter wussten offensichtlich, dass Paola dort sein würde und an einem so abgelegenen Ort nicht gesehen werden würde. Das einzige Problem war, dass sie die Kameras am Gebäude nicht bemerkten, die den Tatort und all ihre Handlungen aufzeichneten. Keine 24 Stunden, nachdem die Angreifer ihr Opfer erstochen hatten, begann die Polizei, ihren Ehemann als Hauptverdächtigen zu betrachten. Auf den Videoaufnahmen des Cafés war deutlich zu sehen, wie er zum Fenster ging und das Auto entriegelte. Gleichzeitig war auf den Aufnahmen der Kamera, die das Fahrzeug aufzeichnete, ein Scheinwerfer zu sehen. Dies bestätigte die Vermutung der Strafverfolgungsbehörden. Paola hatte den Angreifern nicht selbst die Tür geöffnet, sondern ihr Mann. Der Vorfall wurde zunächst als gescheiterter Raubversuch gewertet, aber aus dem Auto des Paares fehlte nichts. Christian erzählte der Polizei, dass seiner Frau eine Goldkette gestohlen wurde und die Räuber ihr außerdem 600 Dollar abgenommen hatten, aber diese Angaben erwiesen sich als falsch. Schnell kam der Verdacht auf, dass es sich bei diesem Ereignis um einen sorgfältig geplanten Mord handelte. Deshalb wurde am 3. Januar 2023 Christian Navarret verhaftet. Der Mann wurde verdächtigt, an dem Anschlag auf seine eigene Frau beteiligt gewesen zu sein. Von Anfang an leugnete er jede Beteiligung an dem Vorfall und beschuldigte die Polizeibeamten, nicht einmal nach anderen möglichen Verdächtigen zu suchen, sondern ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Die Ermittler waren sich jedoch seiner Beteiligung sicher, sodass nur noch das Motiv für den Angriff ermittelt werden musste. Die Polizei beschlagnahmte das Handy des Mannes zur in einer kritischen Situation. Anstatt seiner Ehefrau zu helfen und um Hilfe zu rufen, hielt er offensichtlich absichtlich die Zeit an. Der Ehemann wählte nicht die nächstgelegene Klinik, sondern ging in die am weitesten entfernte. Auch dieses Vorgehen wurde als Hinhaltetaktik gewertet, die dem Opfer jede Überlebenschance nimmt. Zu diesem Zeitpunkt verblutete die Ehefrau im Innenraum des Wagens. Nach einer Überprüfung des Handys des Hauptverdächtigen stellte die Polizei fest, dass er tatsächlich den Notruf abgesetzt hatte. Dies geschah fast sofort, als Christian zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Nachdem der Disponent den Anruf entgegengenommen hatte, schwieg er jedoch für etwa zwei Sekunden und beendete dann den Anruf, ohne ein Wort zu sagen. Als der Polizeibeamte ihn darauf ansprach, sagte er, er habe den Anruf absichtlich abgebrochen, weil ihm klar geworden sei, dass er die genaue Adresse des Ortes, an dem er und seine Ehefrau sich befanden, nicht kannte. Nach seinen Angaben wollte Christian die Adresse auf der Karte überprüfen, aber es stellte sich heraus, dass dies in dieser kritischen Situation aufgrund von Geolokalisierungs Problemen nicht funktionierte, sodass er nicht zurückrufen und die Adresse angeben konnte. Seine Antwort war weitschweifig und vage, sodass sich der Verdacht der Polizei indirekt zu bestätigen begann. Die Beamten baten dann um eine Liste der Anrufe, die der Mann am Tag des Angriffs auf seine Frau getätigt hatte. Es stellte sich heraus, dass er am 2. Januar mehr als 15 Anrufe an dieselbe Nummer getätigt hatte und es war notwendig herauszufinden, um wessen Telefonnummer es sich handelte. Darüber hinaus tätigte Christian nur vier Minuten nach dem Angriff auf seine Frau eine Überweisung von 2000 Dollar, die ebenfalls verdächtig aussah. Nach Überprüfung der Kontonummer erfuhren die Ermittler, dass diese auf eine Frau registriert war. Sie wurde schnell ausfindig gemacht und drohte die Hauptverdächtige in diesem Fall zu werden. Die Frau hatte jedoch ein stichhaltiges Alibi und lieferte nützliche Informationen für die Ermittlungen. Ihr zufolge hatten ihre Cousins kurz vor dem Vorfall darum gebeten, ihr Bankkonto zu benutzen. Die Männer hießen Byron und Mortis Castillo und hatten Ähnlichkeit mit den Männern, die auf den Überwachungsaufnahmen an der Stelle zu sehen waren, an der das Auto des Opfers geparkt war. Beide Brüder hatten ein schweres Vorstrafen Register mit vielen gewalttätigen Vorfällen. Die Ermittlungen ergaben, dass Christian die Männer einige Zeit vor der Tat zu dem Geschäft gebracht hatte, in dem seine Frau arbeitete. Er nahm sie in seinem Auto mit und zeigte ihnen die Räumlichkeiten ihres kleinen Geschäfts. All dies geschah wahrscheinlich, um die Tat zu planen und einen Ort für den Überfall auszuwählen. Es wurde festgestellt, dass Christian ihnen einige Tage vor dem Angriff 2000 Dollar bezahlt hatte, wahrscheinlich als Vorauszahlung. Eine zweite Zahlung war fällig, nachdem die Frau erfolgreich getötet worden war, und sie wurde geleistet, bevor der Ehemann die blutende Frau ins Krankenhaus brachte. Die Polizei erfuhr, dass die Vorzeichen für den Mordversuch bereits seit einem Monat feststanden. Am 8. Dezember 2022 wurde Paolas Auto gestohlen. Bei der Überprüfung des Überwachungs Materials fanden sie dieselben beiden Männer. In diesem Moment gerieten die Ermittlungen jedoch ins Stocken. Die Polizei hatte keine Zeit, die Namen der Räuber herauszufinden, weil Christian sich einmischte. Er sagte, die Täter hätten ihn kontaktiert und angeboten, persönliche Gegenstände aus dem Auto zurückzugeben. Der Mann fuhr ihnen entgegen und kam mit dem gesamten Inhalt des Kofferraums und des Handschuhfachs zurück, einschließlich der Brieftasche seiner Frau, in der sich Geld und Karten befanden, die offensichtlich nicht angerührt worden waren. Als die Polizeibeamten dies erfuhren, waren sie sehr überrascht, da ein solches Szenario nicht typisch für ihre Arbeit war. Es war unklar, warum Christian die Beamten nicht darauf aufmerksam gemacht hatte, dass er von Kriminellen kontaktiert worden war. Gleichzeitig vermuteten die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Die Autodiebe hatten das Auto gestohlen und waren dann zu den Tätern des Mordes geworden. Christian war sich bewusst, dass er nur noch einen Schritt vom Gefängnis entfernt war und dachte sich eine neue Geschichte aus. Er musste irgendwie die Tatsache rechtfertigen, dass er die Verbrecher getroffen hatte. Dies wurde von der Polizei bestätigt, als sie die Ortungsdaten aller drei Komplizen des Mordes analysierte. Die Ermittlungen ergaben, dass sich alle drei mehrmals und kurz vor dem Verbrechen getroffen hatten. Als Christian jedoch direkt darüber informiert wurde, begann er seine Komplizen der Erpressung zu beschuldigen. Seiner Meinung nach verdiente die Familie gut, unterstützt durch ihr eigenes Geschäft, und die Castillo-Brüder waren Vertreter des organisierten Verbrechens. Deshalb verlangten sie von Christian und seiner Frau monatliche Schutzgelder und drohten ihr Geschäft niederzubrennen, falls sie sich weigerten zu zahlen. Der Hauptverdächtige gestand, dass er ihnen kurz vor der Ermordung seiner Ehefrau noch einmal Schutzgeld gegeben hatte. Christian war gezwungen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, da sie versprachen, seinen Angehörigen etwas anzutun, wenn er nicht zahlt. Er zahlte jedoch nicht rechtzeitig, sodass der Angriff auf seine Frau ein Beweis für die Ernsthaftigkeit der Absichten der Kriminellen war. Dies erklärte nicht nur die persönlichen Treffen mit diesen Personen, sondern auch die Überweisung von Geld, sowie die Tatsache, dass er sie in einem Auto mitnahm und sie in dem Geschenkeladen herumfuhr. Auf der Grundlage der erhaltenen Informationen nahm die Polizei die Täter fest. Byron gestand sofort, dass er 2000 Dollar von dem Auftraggeber der Straftat erhalten hatte, allerdings nicht als monatliche Schutzgebühr, sondern als Vorauszahlung für den Mord an Paola. Den Restbetrag erhielt er auch nach dem Überfall. Laut Zeugenaussagen benutzten die Brüder das Bankkonto der Cousine, um ihre Spuren zu verwischen. Am 29. November des Jahres 2023 erschienen alle drei an der Ermordung von Paola Ortega Beteiligten vor Gericht, wo die Aussagen von mehr als 60 Zeugen gesammelt wurden, um die Wahrheit über die Beziehung zwischen den Eheleuten ans Licht zu bringen und andere Aspekte der Tragödie zu beleuchten. Es stellte sich heraus, dass Christian nicht so ein guter Ehemann war, wie die Familie des Opfers dachte. Jahrelang verheimlichte die Frau, dass ihr Mann in ihrer Ehe gewalttätig geworden war. Christian war drei Jahre jünger als seine Ehefrau. Zum Zeitpunkt des Angriffs war er 31. Dieser unbedeutende Unterschied war für ihn jedoch ein Grund, sich über sie lustig zu machen und sie zu beleidigen. Der Mann beschimpfte seine Lebensgefährtin ständig als hässlich und alt, warf ihr vor, nutzlos zu sein und drohte sie zu verlassen. Es wurde bekannt, dass er damit drohte, ihr seine vierjährige Tochter wegzunehmen. Sie war sein leibliches Kind. Das ältere, ein vierzehnjähriges Mädchen, war von einem anderen Mann. Obwohl Christian eigentlich beide großgezogen hatte, liebte er seine eigene Tochter und wollte nur sie zu sich nehmen. In der Korrespondenz vermerkte der Mann, dass er sie nach Kolumbien bringen würde, wo er ein neues Leben beginnen und Paola nie sehen würde. Das vernachlässigende Verhalten des Mannes kam in allem zum Ausdruck. Paola wusste, dass er sie mit mindestens vier verschiedenen Frauen betrogen hatte. Dennoch verzieh sie ihrem Mann die Affären. All diese Schrecken verheimlichte sie sorgfältig vor ihrer Familie und ihren Freunden, da sie den Zorn ihrer Eltern fürchtete. Außerdem hatte sie schon lange vor der Tragödie Angst um ihren Mann, denn Paolas Vater war ein ziemlich harter und ernster Mann. Deshalb war er für Christian lange Zeit abschreckend. Doch zwei Jahre vor dem Massaker starb Paolas Vater an Covid-19, was den Tyrannen Christian völlig entfesselte. Nach dem Tod seines Schwiegervaters hörte er auf, sich zu verstellen und zeigte sein wahres Gesicht. Der Mann war sich seiner eigenen Straffreiheit und der Wehrlosigkeit seiner Frau sicher und begann sie von allen Seiten unter Druck zu setzen. An diesem Punkt begannen ernsthafte Konflikte, psychologische und physische Gewalt. Es ist erwähnenswert, dass der Mann auch vor seiner Familie verheimlichte, was vor sich ging, sodass niemand Paola helfen konnte. Christian demütigte die Frau nicht nur auf jede erdenkliche Art und Weise, sondern begann auch, sie regelmäßig zu betrügen, wobei er ihre Beziehung nicht verheimlichte. All diese Informationen wurden von den Ermittlern aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, insbesondere von Messengern, über die die Ehegatten in Kontakt blieben. Eine Reihe von Zeugenaussagen wurden von Freunden des Paares gesammelt, die vermuteten, dass Christian nur vorgibt, ein vorbildlicher Ehemann und liebevoller Vater zu sein. Als alle diese Beweise gesammelt waren, wurde Christian verhaftet und des Mordes an seiner Frau angeklagt. Diese Beweise wurden vor Gericht vorgelegt. Die Familie des Opfers war schockiert. Paola hatte all diese Schrecken des Familienlebens so gut versteckt, dass sie nicht einmal bemerkten, was geschah, bis es zu spät war. Die Familie der ermordeten Frau war fassungslos über das Ausmaß der Lügen und die Tatsache, dass sie jahrelang nur Gutes über diesen Mann dachten. Sie beschlossen, auf jeden Fall Recht zu bekommen und beauftragten einen guten Anwalt. Als erstes suchte ihr Verteidiger nach Beweisen für die Giftigkeit der Beziehung zwischen den Eheleuten. Offensichtlich war das Motiv für den Mord in erster Linie Geld. Paolas Vater hatte sich mühsam ein Geschäft aufgebaut, das er an seine Tochter vererbte. Christian hoffte, alles an sich zu reißen und es allein zu führen, um die Familie des Opfers um alles zu berauben, was durch harte Arbeit erreicht worden war. Der Mann schien völlig vergessen zu haben, dass Paolas Vater die Schlüsselperson beim Aufbau des Familien Unternehmens gewesen war. Die Staatsanwaltschaft war schockiert über die Entscheidung von Christian. Er hätte nach seinem gewissen Handeln und seiner Frau direkt sagen können, dass er sich trennen will. Sie hätten sich scheiden lassen und dann das gemeinsam erworbene Vermögen, sogar das Geschäft aufteilen können. Jeder konnte mit seinem Anteil rechnen, aber Christian konnte nicht genug haben. Er wollte allen das Recht nehmen, die Geschäfte zu führen und das alleinige Sorgerecht für das Kind bekommen. Die Polizei fand heraus, dass Christian ursprünglich den Mord durch die Helfer im Geschenkeladen verüben wollte. Dies sollte am selben Tag geschehen, an dem die Paola von zwei Männern in dem Laden fast überfallen wurde. Die Frau ahnte jedoch, dass etwas nicht stimmte, als zwei Fremde am Ende des Tages vorbeikamen, um Luftballons zu holen. Sie verhielten sich eindeutig verdächtig und verscheuchten das Opfer. Danach setzten sie den Überfall im Geschäft nicht fort. Christian wurde nervös. Zu diesem Zeitpunkt war er weit vom Tatort entfernt, damit die Polizei ihn nicht verdächtigte, etwas damit zu tun zu haben. Nach dem Anruf der angeheuerten Bewaffneten wurde dem Angeklagten jedoch klar, dass er dringend improvisieren musste. Der Vorwand, um seine Frau an einen verlassenen Ort zu bringen und sie den Auftragskillern buchstäblich auf dem Silbertablett zu servieren. Durch einen unglücklichen Zufall stimmte Paolas Tochter den Hamburgern zu, die der Mann als Vorwand erfand, um das Opfer anzulocken. Christians Verteidigung argumentierte, dass er unschuldig sei. All das verdächtige Verhalten sei irgendwie gerechtfertigt. Es legte jedoch genügend Beweise vor, um den Mann wegen Erpressung und Gewalt gegen seine Frau zu verurteilen. Paolas Schweigen und die Unkenntnis der Verwandten über Christians Tyrannei führten schließlich zum Tod der erfolgreichen Frau. Zahlreiche Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras sowie die Aussagen von Dutzenden von Personen trugen dazu, das falsche Bild des Auftraggebers des Verbrechens zu entlarven. Während der Ermittlungen wurde der Verdacht geäußert, dass Christian psychopathische Züge hatte. Die Schwester des Opfers stellte fest, dass das Verhalten von Paolas Partner einen solchen Verdacht erweckte. Sie bestätigte, dass der Mann sich manchmal sehr aggressiv gegenüber anderen Menschen verhielt. Der Gefängnis Psychiater, der mit dem Angeklagten arbeitete, kam zu dem Schluss, dass Christians Verhalten nach dem Angriff auf seine Frau typisch für Menschen mit Psychopathie war. Dem Facharzt zufolge haben solche Personen ernsthafte Probleme im emotionalen Bereich. Sie empfinden kein Mitgefühl, manipulieren ohne Verantwortung oder Schuld zu empfinden. Der Psychologe vermutet, dass es in der Ehe des Paares zu Konflikten gekommen ist, die zu Christians Wutausbrüchen gegenüber seiner Frau geführt haben. Trotz der zahlreichen Zeugenaussagen gegen Christian zog sich der Prozess fast ein Jahr lang hin. Im Ergebnis wurde schlüssig bewiesen, dass der Ehemann des Opfers und Mordes einen Plan zur Ermordung der Frau ausgearbeitet hatten. Byron wurde zum Hauptkomplizen und auch zum Haupttäter, da er das wehrlose Opfer erstach. Nach der Beratung über die Akten kamen die Geschworenen zu dem Schluss, dass alle drei schuldig waren. Jeder wurde zu 34 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Obwohl es der Familie der Ermordeten gelungen ist, Gerechtigkeit zu erlangen, hat sie die Verbitterung über den Verlust noch nicht überwunden. Die jüngste Tochter, die zum Zeitpunkt der Ermordung ihrer Mutter erst vier Jahre alt war, erinnert sich gut an sie und hat eine imaginäre Freundin, die sie Mama nennt. Für psychischen Schocks musste sie sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Paolas Mutter gibt sich selbst die Schuld, da sie der Meinung ist, dass sie zu kurzsichtig war, um die wahren Verhältnisse in der Familie ihrer Tochter zu erkennen und Paola nicht geholfen hat. Es verging kein Tag, an dem sie sich nicht mit Tränen in den Augen an sie erinnerte. Nathan Joseph Villa Gomez Payet wurde am 12. Februar des Jahres 1982 in dem Dorf Tamuning an der Westküste der Insel Guam geboren, die zu den Vereinigten Staaten von Amerika gehört. Tamuning ist das wirtschaftliche Zentrum von Guam, der größten paradiesischen Insel Mikronesiens, die im Pazifischen Ozean liegt. Die Insel ist recht klein und die Zahl der Einwohner beträgt nicht mehr als 170.000. Die größte Einnahmequelle der Insel ist der Tourismus. Viele Menschen fliegen jedes Jahr dorthin, um die sauberen Strände zu genießen und die historischen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, die auf der Insel aus der Zeit der spanischen Kolonie erhalten geblieben sind. Nathan gehörte zu einer großen und liebevollen Familie, er war das vierte Kind und insgesamt gab es fünf Kinder. Matthew, Anthony, Eric, Nathan selbst und Carmela. Ihre Eltern waren Carmelita Villagomes und Matteo Paet. Von Geburt an war Nathan ein wunderbares Kind, das nie ein Problem darstellte. Er wuchs liebevoll und freundlich auf, war ein guter Schüler und sehr wissbegierig. Nathan respektierte seine Lehrer immer, saß in der Regel in der ersten Reihe und versäumte nie eine Unterrichtsstunde. Nathan war ein typischer Inselbewohner, von klein auf war er untrennbar mit dem Meer verbunden, verbrachte Zeit am Strand, surfte oder genoss einfach die Sonne. Je älter Nathan wurde, desto beliebter wurde er. Die Leute liebten ihn, und es gelang ihm, sich in seiner Heimatstadt einen großen Freundeskreis aufzubauen. Nathan war für seinen Sinn für Humor bekannt, lachte immer ansteckend und zeigte mit jeder Zelle seines der Grundschule besuchte Nathan die South High School in der Nachbarstadt Santa Rita. Dort lernte er Michelle Ann Chaka kennen, ein Mädchen, das drei Geschwister hatte, Melissa, Malania und Anthony Chaka. Und auch diese Familie war freundlich und liebevoll. Nachdem sie sich als Teenager kennengelernt hatten, trennten sich Nathan und Michelle nie wieder. Sie studierten zusammen, unterstützten sich gegenseitig in allem. Siegung verwandelte. Als Michelle 16 war, erkrankte ihre Mutter schwer und Deborah wurde mit einem Flugzeug von der Insel ausgeflogen, aber leider konnte man sie nicht mehr retten. Die Frau starb weit entfernt von ihrer Familie und ihre Kinder konnten sich nicht von ihr verabschieden. Angesichts des unerwarteten Todes ihrer Mutter übernahm Michelles ältere Schwester Melissa die Rolle der Mutter und half ihre Geschwister aufzuziehen. Vom ersten Tag an war Michelle eine große Stütze und sehr hilfreich im Haushalt und bei der Erziehung der Jungen. Während dieses Prozesses war Nathan immer an der Seite seines geliebten Mädchens. Im Jahr 2000, nachdem sie beide ihr Studium abgeschlossen hatten, machte Nathan ihr einen Heiratsantrag. Da sie aber kein Geld für eine Hochzeit hatten, beschlossen sie einfach zusammenzuziehen und ein gemeinsames Leben zu beginnen. Sie waren so verliebt, dass sie es kaum erwarten konnten, mit dem Bau ihres eigenen Hauses zu beginnen. Zu dieser Zeit arbeitete Nathan als Rezeptionist in einem Hotel, aber mit seinem Gehalt konnten sie nicht alle Ausgaben in einem Monat decken und sie standen kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, das sie später Dauen nannten. Nun, da er Vater war, wollte er seine Familie mit allem versorgen, was sie brauchte. Dieser Wunsch führte schließlich zu Nathans Entscheidung, Soldat zu werden und der Luftwaffe beizutreten. Nathan schloss seine Ausbildung 2003 ab und wurde sofort zum Luftwaffen Stützpunkt Elmdorf in Anchorage geschickt, der bevölkerungsreichsten Stadt Alaskas im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Nathan verließ seine Heimatinsel, aber jetzt hatte die Familie viel Geld, das Tochter namens Niara geboren wurde. Im Jahr 2006, sechs Jahre nach ihrer Verlobung, konnten Michelle und Nathan endlich die Hochzeit feiern, von der sie schon so lange geträumt hatten. Im selben Jahr wurde Nathan auf den Luftwaffen Stützpunkt Davis Monthane in Arizona versetzt, wo er als Teamleiter des Rüstungs Lady Teams für die A10 Thunderbolt und die 358. Squadron diente. Dort erhielt er auch eine Ausbildung in Logistikschulung und Materialverwaltung, was im Jahr 2007 zu einer Beförderung und neuen Aufgaben führte. Ende des Jahres 2007 zog Nathan mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf den Luftwaffen Stützpunkt Nellys in der Nähe von Las Vegas, Nevada. Auf diesem Stützpunkt stieg er vom Stabschef der 99. Logistikstaffel zum stellvertretenden Unteroffizier auf, der für die Versorgungsabteilung zur Wartung von Kampfflugzeugen zuständig war. Bald wurden der Familie zwei weitere Kinder geboren, zuerst Dran und dann Devin. Im Jahr 2009 hielt Michelle Las Vegas für den perfekten Ort, um für immer zu bleiben und ihre Kinder dort aufzuziehen. Aus diesem Grund verwendete Nathan seine Ersparnisse, um die Anzahlung für ein wunderschönes, 730 Quadratmeter großes Haus, in einem ruhigen und angenehmen Vorort, etwa 50 Kilometer vom Luftregiment entfernt, zu leisten. Zu diesem Zeitpunkt war Michelle nur Hausfrau und das Einkommen von Sergeant Nathan reichte nicht aus, um der Familie ein luxuriöses Leben zu ermöglichen, obwohl sie alle Ausgaben bestreiten konnten. Die beiden waren ehrgeizig und gaben mit der Zeit mehr aus, als sie verdienten. Dies führte dazu, dass sie bald in finanzielle Schwierigkeiten gerieten, die ihr Eheglück stark beeinträchtigten. Mitte des Jahres 2009 beschloss Nathan am Krieg zwischen den USA und dem Irak teilzunehmen. Ursprünglich sollte der junge Mann nur sechs Monate dort verbringen, aber schließlich entschied er sich, seinen Dienst fortzusetzen, nachdem er erkannt hatte, dass er seinem Land zugute kam und sein Gehalt deutlich höher war. Michelle ihrerseits nahm in der Zwischenzeit eine Teilzeitbeschäftigung bei einer Firma für Kreditkarten Telemarketing an. Michelle tat dies nicht nur, um mehr Geld zu haben, sondern auch, um ihre Angst vor der Tatsache zu lindern, dass ihr Mann in einem Kriegsgebiet war und ihm jeden Moment etwas Schreckliches zustoßen konnte, sodass sie und ihre vier Kinder auf sich allein gestellt waren. Zusätzlich zu ihrem neuen Job schrieb sich Michelle an einer Kosmetikschule ein, sie hoffte eine professionelle Kosmetikerin zu werden und damit ihr eigenes Geschäft eröffnen zu können. Doch kaum war Nathan in den Irak abgereist, hatte Michelle einen heimlichen Liebhaber. Sie hatte das Gefühl, dass die Jugendliebe zwischen ihr und ihrem Mann nicht mehr vorhanden war und ging eine Beziehung mit einem Kollegen namens Michael Rudolf Rodriguez ein. Er war damals 31 Jahre alt und hatte in den Jahren 2007 und 2008 kurze Gefängnisaufenthalte wegen Fälschung und versuchten Diebstahls hinter sich. Er war ein unverbesserlicher Frauenheld, der es liebte, Frauen zu verführen, wofür er sogar den Spitznamen Soft Rick erhalten hatte. Michelle konnte der Leidenschaft und der männlichen Aufmerksamkeit dieses Mannes nicht widerstehen und stürzte sich Hals über Kopf in diese gefährliche Beziehung. Als Nathan Ende des Jahres 2009 aus dem Irak zurückkehrte, schien es, als hätte ihre Ehe die Entfernung überstanden und als wäre das Zusammensein der beiden noch stärker geworden. Dies war jedoch nicht der Fall. Michelle spielte die Rolle der verliebten Ehefrau auf abscheuliche Weise und träumte davon, ein neues Leben mit ihrem Geliebten zu beginnen. Gleichzeitig wusste Nathan nichts von der Untreue seiner Frau und widmete sich ganz dem Wohl der Familie. Aus diesem Grund nahm der 20-jährige Unteroffizier einen Job in der Nachtschicht an, um doppelt so viel zu verdienen und seine Frau und die vier Kinder, die damals zwischen zwei und neun Jahre alt waren, versorgen zu können. Gleichzeitig begann der Mann, eine Mannschaft von Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren zu trainieren. Er brachte ihnen eine vereinfachte Version des Baseball Sports bei. Obwohl Michelle nicht mehr mit Nathan zusammen sein wollte, versuchte sie nicht, ihn zu verlassen. Sie wusste, dass sie im Falle einer Scheidung mit leeren Händen dastehen würde und sie wusste auch, dass sie im Falle des Todes ihres Mannes 400.000 Dollar von der US-Armee erhalten konnte. Außerdem war Nathans Leben im Rahmen der Police für 250.000 Dollar versichert und dieses Wissen veranlasste Michelle zu dem schrecklichen Plan, sich das Leben ihres Mannes zu nehmen. Um den Oktober 2010 begannen Michelle und ihr Liebhaber zusammen eine Strategie zur Ausführung ihres Plans zu entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt nahmen sie die Hilfe von Corey Alexis Hawkins in Anspruch, einem Freund von Michael, einem 30-jährigen Auftragskiller mit neun Vorstrafen in seinem Strafregister. Zu diesen Verurteilungen gehörten Einbruch und Autodiebstahl in 1995, schwerer Diebstahl in 1996, tödlicher Einbruch in 2000 und betrügerische Verwendung einer Kreditkarte in 2006. Corey war ein erfahrener Krimineller und bot seine Dienste als Auftragskiller für Michelle und Michael an, wofür er 200.000 Dollar verlangte und das Paar stimmte zu. Später schloss sich Corey's Freundin die 24-jährige Jessica Austin dem Plan an. Der ursprüngliche Plan sah vor, Nathan in seinem Chevy Tahoe zu erschießen und dann den Wagen mit der Leiche auf den Parkplatz des Decken. Jessica machte sich daran, die speziellen Gegenstände zu kaufen, die sie für die Ausführung des Verbrechens benötigten. Dazu gehörten Männerhandschuhe, eine Decke für das Auto und ein starkes Parfum, das den Geruch der verwesenden Leiche überdecken sollte. Der nächste Schritt bestand darin, ein Alibi für Michael zu finden. Zu diesem Zweck wandte sie sich an ihre Freundin Shannon, eine ehemalige Erotik-Schauspielerin, um sie zu bitten, vor Gericht eine Aussage zu machen, die die Aussagen der übrigen Verbrecher über Michaels Aufenthaltsort am Tag des Verbrechens untermauern sollte. Im Gegenzug versprach Jessica Shannon ihr 5% des Geldes zu geben, das sie und ihr Freund von Michael erhalten würden. Im November 2010, am Thanksgiving Tag, wurden Nathan und seine Familie von seinem Bruder Eric und dessen Verlobter Veronica besucht. An diesem Tag spürten die Gäste die Spannungen zwischen dem Paar, das bis dahin als perfekt galt. Für Veronica und Eric war es ganz offensichtlich, dass die Liebe und das Verständnis zwischen Michelle und Nathan völlig verschwunden waren, sie tolerierten sich kaum noch und hatten offensichtlich finanzielle Probleme, da ihre Speisekammer und ihr Kühlschrank fast leer waren. Es war Mittwoch, der 1. Dezember des Jahres 2010. Michelle ging nach der Arbeit direkt zur Kosmetikschule, von wo sie um 22 Uhr nach Hause kam, nur 5 Minuten bevor Nathan zum Luftwaffenstützpunkt aufbrechen sollte. Doch an diesem Tag kam alles ein wenig anders. Michelle berichtete, dass sie sich nicht wohlfühlte, also verließ sie die Arbeit und ging direkt nach Hause. Gegen 5.30 Uhr abends kam sie zu Hause an. Dort sah sie ihren Mann auf der Couch schlafen. Michelle weckte Nathan auf und schlug vor, dass sie eine Weile zusammen auf dem Bett schlafen sollten, was sie auch taten. Aus irgendeinem Grund klingelte Nathans Wecker nicht und er wachte erst um 11 Uhr abends auf. Erschrocken eilte er sofort unter die Dusche und dann in die Garage, um seine Uniform anzuziehen. Als er mit seinen Vorbereitungen fertig war, war es 11.30 Uhr und er hätte schon auf halbem Weg zur Arbeit sein müssen. Etwa zur gleichen Zeit schrieb Michelle ihrem Liebhaber eine SMS, in der sie ihn über alles informierte, was ihr Mann gerade tat. Sie beschlossen nämlich, ihren Plan noch am selben Tag in die Tat umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt saßen Michael und Corey zusammen in schwarzem Cadillac, der direkt vor dem Haus ihres zukünftigen Opfers geparkt war, und warteten auf Nathan. Die Täter trugen bereits blaue Latex Handschuhe an den Händen, damit ihre Fingerabdrücke nicht zurückverfolgt werden konnten. Schließlich verabschiedete sich Nathan von seiner Familie und bereitete sich darauf vor, die Garage zu verlassen. Im selben Moment schrieb Michelle Michael eine SMS über den Abschluss eines geplanten Geschäfts mit einem Kunden namens Van Dyke, was offensichtlich ein Codesignal war. Während Nathan noch in der Garage war, näherte sich Michael ihm von hinten und schoss ihm fünfmal in den Rücken. Obwohl der Mann tödlich verwundet war, fand er die Kraft, das Haus zu betreten, aber sobald er das tat, fiel er vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder tot um, die durch das Geräusch der Schüsse und die Tatsache, dass ihr Vater vor ihren Augen verblutete, sehr Nathan wiederbeleben konnte, aber es war zu spät für ihn. Nathan wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte alles in ihrer Macht stehende taten, um ihn zu retten, aber leider war der Mann nicht in der Lage seine Verletzungen zu überstehen. Die schwerste Wunde wurde von einer Kugel verursacht, die ihn im Nacken traf. Michelle war hysterisch, als ihr ins Krankenhaus gebracht wurde und sah völlig erschüttert aus, als sie von seinem Tod erfuhr. Natürlich war das alles nur gespielt, denn nur ein paar Stunden später schickte sie ihrem Liebhaber eine SMS mit einem lächelnden Smiley. Die Täter ihrerseits begaben sich nach dem Überfall in eine vorher vereinbarte Wohnung, wo sie den Kamin nutzten, um ihre Kleidung zu verbrennen und die Beweise zu beseitigen. Michael ging dann mit Shannon ins Hotel, um sein Alibi zu bestätigen, während Jessica in der Zwischenzeit eine gründliche Reinigung des Zimmers vornahm, um alle Beweise zu vernichten. Die Mitarbeiter des Las Vegas Metropolitan Police Department waren schockiert von der Brutalität des Verbrechens, das sich in einem ruhigen Vorort ereignet hatte. Als der Ermittler Tod Williams am Tatort eintraf, eine Menge Blut. Es waren Flecken um die Bank herum zu sehen, auf der Nathan seine Schuhe angezogen hatte, sowie an mehreren Türen seines Autos, auf dem Boden und an den Wänden der Garage. Außerdem lag eine blutige Militäruniform auf dem Boden, in der Nähe der Stelle, an der die Schlüssel und die Brieftasche des Opfers gefunden worden waren. All dies schloss die Idee Die Frau erzählte dem Ermittler, dass sie laute Geräusche hörte, als ihr Mann in die Garage eilte. Zu diesem Zeitpunkt erkannte sie nicht, was geschehen war, da sie und ihre Kinder erschrocken waren. Wenig später betrat ein stolpernder Nathan das Haus und brach vor ihnen blutend zusammen. Während des Gesprächs gab Michelle zu, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten steckten, so dass sich die Ermittler fragten, ob Nathan ein Geheimnis verbarg, wie zum Beispiel eine Spielsucht, die Bedrohung durch einen Erpresser oder eine Affäre mit einer anderen Frau, was erklären könnte, warum sich jemand das Leben eines Mustersoldaten nehmen wollte. Schließlich deuteten die Indizien darauf hin, dass jemand auf den richtigen Moment gewartet hatte, bevor er zur Arbeit ging. Es sah nicht nach einem zufälligen Raubüberfall aus. Eine Untersuchung des Handys des Mannes ergab jedoch keine Hinweise oder Beweise, alles, was er auf dem Handy finden konnte, waren Bilder von seiner Frau und seinen Kindern. In Guam bestiegen seine Eltern voller Trauer den ersten Flug aus Las Vegas. Kamelita weinte während des gesamten Fluges. Als sie schließlich die Stadt erreichten, warf sich Michelle in die Arme ihrer Schwiegermutter und fiel in Ohnmacht. Doch die Frau spürte sofort, dass ihre Reaktion gelogen war. Währenddessen fuhren die beiden Männer fort, mögliche Beweise zu beseitigen. Sie vernichteten die Handys aller an dem Verbrechen Beteiligten, einschließlich Shannon, und erinnerten sie daran, dass sie Michaels Alibi vor Gericht bestätigen müsse. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, und die Ermittler befragten Nachbarn, die zur Tatzeit in der Nähe gewesen waren. Mehrere von ihnen berichteten, sie hätten einen Mann in einem braunen Kapuzenpulli gesehen, der den Tatort unmittelbar nach den Schüssen in einem schwarzen Auto schnell verlassen habe. Als die Ermittler Michelle nach dem Auto fragten, sagte sie unvermittelt, dass ihr Kollege Michael ein ähnliches Auto hatte. Die Polizei beschloss, der Sache Aufmerksamkeit zu schenken, und sah in Michelles Akte nach und Das machte die Polizisten misstrauisch, sodass sie den Mann zum Verhör vorluden. Michael willigte ein und beantwortete dort alle Fragen. Er erzählte eine Geschichte, die er sich mit seinen Komplizen ausgedacht hatte. Angeblich war er an diesem Tag im Supermarkt einkaufen gegangen und hatte gegen 9 Uhr abends eine Frau namens Shannon getroffen. Nach Michaels Angaben unterhielten sie sich lange und als hinzu, dass sie gegen 11 Uhr abends in dem Hotel ankam und die Frau bestätigte später seine Angaben. Die Ermittler hatten jedoch das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Sie untersuchten die Daten von Michelles und Michael Handys und fanden ihre Korrespondenz, die sie ebenfalls seit einem Jahr führten. In einem Bericht der Telefongesellschaft konnten sie genau die Nachrichten finden, die sie am Abend der Tragödie ausgetauscht hatten. Michael schrieb, er hoffe auf einen baldigen Abschluss des Vertrags mit Van Dyke, der am nächsten Tag stattfinden sollte. Zwei Minuten später fügte der Mann hinzu, dass sie ihm Bescheid geben solle, wenn sie sich ein paar Tage freinehmen wolle und dass er ihre Hilfe beim Abschluss des Vertrags zu schätzen wisse. Um 23 19 antwortete Michelle auf die Nachricht und sagte, dass ihr Mann sie gerade geweckt habe und sie offenbar seinen Wecker verschlafen hätten. Sie fügte hinzu, dass der Mann zur Tür hinaus gelaufen sei und in Kürze das Haus verlassen würde und fügte dann lachend hinzu, dass er wahrscheinlich zu spät zur Arbeit käme. Anschließend schrieb Michelle, es tue ihr leid, dass Michael so sehr in ihre Verantwortung hineingezogen gehen lassen. Michelle wurde ihrerseits erneut zur Vernehmung vorgeladen. Unter der Einsicht und dem Druck des Ermittlers brach die Frau zusammen und offenbarte ihre heimliche Affäre mit Michael. Nach Angaben der Frau hatte Michael zwei Monate vor der Tat damit begonnen, einen Plan zu entwickeln, um Nathan das Leben zu nehmen, damit sie eine hohe Auszahlung aus der Versicherungspolize seiner Frau erhalten und führen. Später änderte sie jedoch ihre Meinung und versuchte die Ausführung des blutigen Plans zu verhindern. Deshalb öffnete sie das Auto und die Garage nicht, wie Michael es von ihr verlangt hatte, und schaltete auch Nathans Wecker aus, in der Hoffnung, dass die Verbrecher schon weg sein würden, wenn sie aufwachen. Die Ermittler schenkten der Reue der Frau keinen Glauben. Die Korrespondenz wies eindeutig darauf hin, dass sie aktiv an dem Plan beteiligt gewesen war. Später verwirrten neue Beweise den Fall. Am 7. Dezember erschien Shannon auf dem Polizeirevier und enthüllte, dass Michael sie gezwungen hatte, ihm für die Nacht der Schießerei ein Alibi zu geben. Die Frau gab an, dass ihre Freundin Jessica sie um Hilfe gebeten hatte, um zwei Männer, die sie dabei helfen würde, deren Beteiligung zu vertuschen. Als Gegenleistung bot Jessica ihr 5% von Michaels Gewinn an. Shannon versicherte ihr jedoch, dass sie zugestimmt hatte, ihnen zu helfen, weil sie das Opfer für einen gefährlichen Kriminellen hielt. Shannon enthüllte dann, dass sie in der Nacht nach den Ereignissen, die zu Nathans Tod geführt hatten, Michael in der Wohnung ihres Freundes getroffen hatte, von wo aus sie in ein Hotel eingecheckt hatten. Als sie dort ankamen, gestand Michael ihr, dass er sein Opfer erschossen hatte. Als die beiden am nächsten Tag in die Wohnung des Freundes zurückkehrten, in der sie sich am Vortag getroffen hatten, bemerkte die Frau einen starken Geruch von Reinigungsmitteln und sah auch, dass der Kamin völlig sauber und alle drei Handys war, sofort beschloss, den Behörden alles zu gestehen und fügte unter Tränen hinzu, dass sie nach dem Geständnis große Angst um ihr Leben hatte. Die Polizei erhielt Aufnahmen von der Überwachungskamera des Hotels, die zeigten, dass Michael und Shannon etwa 40 Minuten nach der Tat am Tatort eintrafen. Dies bestätigte die Aussage der Frau, sodass die Polizei beschloss, die Wohnung von Corey zu durchsuchen, den Shannon als Michaels Komplizen bezeichnete und es gelang ihm, einen Durchsuchungsbefehl zu erhalten. Etwa zur gleichen Zeit gab Jessica zu, Latex-Handschuhe, eine Autoabdeckung und einen Duftspender gekauft zu haben, alles Gegenstände, die sie bei dem Anschlag verwenden wollten. Gleichzeitig mit den Ermittlungen versammelten sich am Dienstag, dem 7. Dezember 2010, die Familie und Freunde seiner Frau in der Kapelle auf dem Luftwaffenstützpunkt, um den Sergeant zu ehren und zu würdigen. Colonel Sean Henderson, Nathans Geschwaderkommandeur, würdigte den Dienst des jungen Fliegers für die Luftwaffe und sprach von den Verdiensten, die der Mann für sein Land erbracht hatte. Nathans andere Kameraden lobten seine hohe Arbeitsmoral, seine Motivation, Leidenschaft und Hingabe, seine Lernfähigkeit und sein Engagement für seinen Beruf. Sie charakterisierten ihn auch als einen bescheidenen Mann, der ein Vorbild war und seine Kollegen inspirierte. Eric, Nathans Bruder, sprach von der Liebe und der bedingungslosen Unterstützung, die Nathan ihm sein Leben lang entgegenbrachte. Mit Tränen in den Augen sagte er, dass er niemanden kenne oder sich vorstellen könne, der nicht mit Nathan befreundet sein wolle und dass er ein Mann sei, der das Leben und das Surfen liebe. Eric fügte hinzu, dass Nathan nie seine Wurzeln vergessen hat, Dienst für sein Land war, ein guter Mensch war, der gerne Spaß hatte und seine Frau und seine vier Kinder einfach liebte. Am nächsten Tag, dem 8. Dezember, wurden Michael Rodriguez, Corey Hawkins und Jessica Austin unter dem Vorwurf des Mordes mit einer Schusswaffe und der Verschwörung zu Mord und Raub ohne Kaution festgenommen und in das Clark County Detention Center in Nevada eingeliefert. Am nächsten Tag wurde Michelle unter den gleichen Bedingungen verhaftet und ebenfalls unter Beobachtung gestellt, um sie am Selbstmord zu hindern. Am selben Tag, an dem Michelle verhaftet wurde, dem 9. Dezember, wurden Nathans Leiche nach Guam überführt und dort beigesetzt. An der Zeremonie nahmen nur seine Familie und eine Ehrengarde der Luftwaffenbasis teil. Am Mittwoch, dem 15. Dezember 2010, wurde in der Kirche des Heiligen Franzisk in Tamuning eine Trauermesse abgehalten, bei der sich Nathan Familie, Freunde und Kollegen von ihm verabschiedeten. Anschließend wurden ihm auf dem Veteranenfriedhof in Pitiguam alle militärischen Ehren erwiesen. Nathans Autokolonne bestand aus Motorrädern. Bei der Ankunft trugen sechs Offiziere den mit der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika bedeckten Sarg aus dem Leichenwagen und brachten ihn zu Nathans letzter Ruhestätte. Familie und Freunde umringten ihn, um ihm ein letztes Lebewohl zu sagen, und kurz vor der Beerdigung wurde ein Salutschuss abgefeuert. Etwas mehr als einen Monat nach Nathans Tod am Dienstag, dem 4. Januar 2011, wurde vor dem Bezirksgericht von Clark County die Anklage gegen vier Angeklagte wegen Verschwörung zum Mord und Raub mit einer Schusswaffe sowie Mord mit einer Schusswaffe erhoben. Gegen zwei Männer wurde zusätzlich Anklage wegen Besitzes einer Schusswaffe erhoben. Jeder der Angeklagten bestritt die Beteiligung an dem Verbrechen und stellte sein eigenes Verteidigungsteam ein. Im Laufe der nächsten drei Jahre wurden mehrere Verhandlungstermine angesetzt, die jedoch aus verschiedenen Gründen verschoben wurden. Michelles Anwältin Christina Weed reichte verschiedene Anträge ein, von denen einer darauf abzielte, Beweise in Bezug auf das Handy der Frau mit der Begründung auszuschließen, dass die Analyse des Handys ohne Durchsuchungsbefehl durchgeführt worden sei. Gerichtsdokumenten zufolge sind einige der Beweise auf den Handys verloren gegangen. Die Polizeibeamten behielten jedoch ihre eigenen Aufzeichnungen über diese Beweise. Auf dieser Grundlage beantragte der Verteidiger auch, diese Beweise wegen mangelnder Beweissicherung oder Vernichtung aus dem Verfahren zu nehmen. Alle diese Anträge wurden jedoch abgelehnt und die Verhandlung wurde für September 2015 angesetzt. Gleichzeitig einigte sich Jessica Austin mit der Staatsanwaltschaft auf einen Deal. Nachdem sie der Verschwörung zum Mord für schuldig befunden worden war, kam es schließlich am 21. September 2015 zur Verhandlung. Michael Rudolf Rodriguez war der erste der Angeklagten, der vor Gericht stand. Der Staatsanwalt erzählte den Geschworenen ausführlich, dass Michael Nathan erschossen hatte, während er zur Arbeit unterwegs war. Jam Manson Baumann sagte, er sei in dieser Nacht mit seinem Hund spazieren gegangen und zunächst sei alles ganz ruhig gewesen, als plötzlich fünf Schüsse fielen. Nur wenige Sekunden nach den Schüssen sah er einen schwarzen Cadillac mit voller Geschwindigkeit vom Tatort wegfahren. Am Ende bekannte sich Michael schuldig, um die Todesstrafe zu vermeiden. Am 29. September 2015 wurde der Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ihm wurde auch das Recht verweigert, gegen sein Urteil Berufung einzulegen. Während der Urteilsverkündung blickte Michael klar vor sich hin und zeigte keine Regung, als er von seinem Urteil erfuhr. Einen Monat später fand vor einem Gericht in Las Vegas der Prozess gegen Michelle statt. Während der Befragung fragte der Verteidiger Michelle, ob sie gewusst habe, dass Michael Rodriguez sich in dieser Nacht das Leben ihres Mannes nehmen würde. Die Frau verneinte dies und gab an, dass Michael verraten sei. Staatsanwältin Michelle Fleck wies später die Verteidigung der Angeklagten zurück und sagte, dass das Syndrom der einsamen und gelangweilten Ehefrau keine Entschuldigung für ihr Handeln sei. Als Michelle in der Verhandlung einige Worte sagen durfte, wandte sich die Frau unter Tränen an Nathans Eltern, entschuldigte sich bei ihnen, sagte, dass sie ihn und ihre Kinder liebe und fiel Todes mit einer Schusswaffe für schuldig. Durch dieses Geständnis konnte Michelle die Todesstrafe vermeiden. Die Familie des Opfers bat das Gericht ebenfalls, die Todesstrafe für Michelle aufzuheben. In ihrem Schlussplädoyer bezeichnete die Richterin das Verbrechen als unbegreiflich und unfassbar und erklärte, sie könne nicht glauben, dass Michelle weiterhin neben ihrem Mann schlief, obwohl sie wusste, dass er einem unmittelbar bevorstehenden und unnötigen Tod ausgesetzt war. Die Richterin merkte auch an, dass sie nicht glaubte, dass Michelle versuchte, den Plan zu sabotieren und stellte fest, dass viele Beweise darauf hindeuteten, dass die Frau weitaus stärker involviert war, als sie einzugestehen bereit war. Im Oktober 2015 war der dritte Angeklagte, Corey Alexis Hawkins an der Reihe. Auch er stimmte einem Deal zu, um die Todesstrafe zu vermeiden. Sein Anwalt Andrea Lü bat um Milde, um eine Chance für seinen Mandanten eines Tages Bewährung zu bekommen. Der Richter lehnte den Antrag ab, weil er davon überzeugt war, dass Corey bei der Planung des Verbrechens mitgewirkt hatte und sich in unmittelbarer Nähe befand, als der Mörder den Abzug drückte. Als im März 2016 das endgültige Urteil im Prozess gegen Michelle gefällt wurde, machte die Frau mehrere Aussagen. So erklärte sie zum Beispiel, dass sie zum Zeitpunkt der Ereignisse emotional verletzlich war, was zu den großen irreparablen Fehlern führte. Sie drückte auch unter Tränen ihre Hoffnung aus, dass ihr irgendwann alle verzeihen können. Camelita, die die Erziehungsberechtigte ihrer vier Enkelkinder wurde, sagte ihrer Schwiegertochter, dass sie ihr verziehen habe, weil sie eine gläubige Frau sei und sehen könne, dass Michelles Seele dies brauche. Camelita sprach dann über die Auswirkungen, die Michelles Handlungen und Nathans Tod auf ihre Kinder gehabt hatten. Camelita sagte, dass die Kinder trotz der Therapie immer noch Angst bekämen, wenn sie laute Geräusche hörten und befürchteten, dass ihre Mutter ihnen etwas antun würde, so wie sie es mit ihrem Vater getan hatte. Nathans Mutter schloss ihre Rede, indem sie den Richter aufforderte, Michelle zu lebenslanger Haft ohne Bewährung zu verurteilen. Eric äußerte sich ebenfalls zur Verurteilung seiner Schwägerin und sagte, dass sie ihr nicht den Tod wünschten. Er sagte, es reiche ihnen, dass Michelle wisse, dass alle ohne sie leben würden und dass ihre Kinder mit dem Wissen aufwachsen würden, was ihre Mutter getan habe. Erics Frau Veronika sagte zu Michelle, dass sie sie hasse, aber dass sie es einfach nicht verdiene, noch einmal einen Tag draußen zu verbringen und fügte hinzu, dass sie den Nachnamen Paet nicht verdiene. Michelle wurde schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe in der Flores Moore Women's Correctional Facility in Las Vegas verurteilt. Corys Strafe von lebenslänglich ohne Bewährung wurde ein paar Monate später, am 20. September 2016 in Las Vegas bestätigt. Michelle hatte ihr Leben voller Liebe völlig zerstört, indem sie der Gier und einem Mann hinterher lief, den sie kaum kannte. Vier Kinder verloren ihren Vater und ein Kriegsveteran starb, nur weil seine Frau vergaß, dass wirklich Schönes und Einzigartiges war. Jetzt wachsen die vier Kinder von Michelle und Nathan in der Liebe und Fürsorge ihrer Großeltern väterlicherseits in der Heimatstadt ihres Vaters in Guam auf. Aber auch ihr Leben wurde durch die Taten ihrer Mutter tiefgreifend beeinflusst. Diese wahrhaft grausame Tat hat viele Leben zerstört. Der unschuldige Nathan, der immer sein Bestes für seine Familie getan hatte, starb durch die Hand ihnen widerfahren ist, für immer traumatisiert. Es war ein unglaubliches Glück, dass alle Verbrecher verurteilt wurden und keinen Anspruch auf das Geld hatten, das ihnen nach Nathans Tod zustand. Jetzt werden die Verbrecher nie aus dem Gefängnis kommen und an einem Ort sein, an dem sie eigentlich hingehören. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.